Rolf Thoring's Abenteuer. Heft 207. Das Testament des Abenteurers. Erste Kapitel. Die Bitte eines Sterbenden. So, Mr. Thoring, nun sind wir wieder auf unserem Reiseboot, das uns so treu den Kongo abwärts führte. Alles ist zur Abfahrt bereit und ich brauche nur noch den Befehl zu geben, die Anker zu lichten. Ma, Suf wartet schon darauf. Mr. Fleth sah uns erwartungsvoll an. Vor einer Stunde waren wir wieder an Bord des gut ausgerüsteten Nilbootes erschienen, das Mr. Fleth sich vor unserer großen Reise den Nil aufwärts und den Kongo abwärts, also quer durch Afrika, in Kairo hatte er bauen lassen. Von Benani an der Mündung des Kongo hatte er es mit seiner Jacht nach hier, nach Akasa, schleppen und während unseres Abstechers nach Kamerun wieder ausrüsten lassen, sodass wir bei unserer Ankunft sofort hätten abfahren können. Nichts hatte Fleth vergessen, reichlich waren wir mit Proviant versehen und einige kleine Erhinderungen an Bord boten uns sogar noch mehr Bequemlichkeiten. Am Nachmittag waren wir mit unserer Jacht in Akasa eingetroffen und hatten uns sogleich zu unserer bevorstehenden Reise, die diesmal den Niger und den Benoer aufwärts führen sollte, gerüstet. Nun befanden wir uns wieder an Bord und Mr. Fleth wäre wirklich gern sofort abgefahren, aber Rolf winkte ab, er wollte die Reise erst bei Anbruch des nächsten Morgen antreten, da schon in drei Stunden die Dunkelheit hereinbrechen würde. Leider konnten wir diesmal unseren kleinen Goliath nicht mitnehmen, da er ganz plötzlich erkrankte. Dafür aber sollte unser treuer Macher, unser Gepard, die Reise mitmachen, obwohl wir vom Tschadsee, den wir gleichfalls aufzusuchen gedachten, quer durch die Wüste nach Kairo reiten wollten. Mit Kapitän Hoffmann hatten wir vereinbart, uns dort, also in Kairo, wieder zu treffen. Wo es dann hingehen würde, wussten wir noch nicht mit Bestimmtheit, aber Rolf und ich hätten gern einmal alle Südseeinseln besucht. Doch darüber wollten wir uns noch nicht schlüssig werden. Erst galt es, die Strecke durch Nordafrika zurückzulegen, ein Unternehmen, das nicht so einfach war und für uns viele Anstrengungen und Entbehrungen mit sich bringen würde. Was aus dem Reiseboot werden sollte, wenn wir den Tschadsee erreicht hatten, wussten wir noch nicht. Fleth war der Ansicht, dass wir es dort oben gut verkaufen könnten. Der neue Besitzer würde dann sicher auch unsere Besatzung mit übernehmen, wenn wir dies beim Verkauf mit ausmachten. Als wir dies einmal der Besatzung gegenüber erwähnten, erklärten die meisten, darunter Masuf, Pilot und Turbo, dass sie in ihre Heimat zurückkehren wollten, sobald sie die Küste wieder erreicht hätten. Mr. Bird, unser Koch und guter Kamerad, wusste noch nicht, was er dann tun sollte, er hätte uns aber am liebsten begleitet. Fleth musste sich schließlich ein Verstanden erklären, erst am nächsten Morgen abzufahren. Er sah es ein, dass wir in der Nacht noch irgendwo ankern mussten, da wir den Strom nicht kannten und das Reiseboot nicht in Gefahr bringen wollten. So richteten wir uns denn bis zum Abend unsere Kabinen wieder ein, brachten unsere Sachen dort unter und kontrollierten die Munition. Fleth hatte reichlich für alles gesorgt, sodass wir uns nun um nichts mehr zu bekümmern brauchten. Als dann die Dunkelheit hereinbrach, saßen wir auf der kleinen Veranda unseres Heckhäuschens und beritten nochmals alles genau. Mr. Bird hatte sich zu uns gesellt, während Pono an Bord auf und abschritt und den Hafen von der Kasse musterte. Da wir dicht an der kleinen Rede lagen, musste er scharf aufpassen, dass wir keinen nächtlichen Besuch bekamen, denn einen blinden Passagier hätten wir unterwegs nicht gebrauchen können. Als wir das Abendessen verzehrt hatten, bemerkten wir, dass ein Fremder, ein Matrose, sich unserem Reiseboot näherte. Er rief Pono an und unterhielt sich einige Minuten mit ihm. Dann betrat er auf Pongnos Aufforderung unser Boot und kam mit Pono auf uns zu. Massas, Matrose Massas dringend sprechen will, er weiß, wer Massas sind, er es erfahren hat auf Hafenamt. Wir musterten den Mann, der nun höflich auf uns zutrat und uns begrüßte, genau. Er hatte ein ehrliches Gesicht und seine Züge verrieten sofort den Franzosen. Dankend nahm er auf dem angebotenen Koppsessel Platz und erklärte. Ich bin der Steuermann des Kapitäns Gustav Leyen, Guido Melon, Monsieur, mein Kapitän liegt schwer krank auf seinem Kutter und bat mich, Ihnen diesen Brief zu übergeben. Bei diesen Worten hat er eine alte, abgegriffene Brieftasche hervorgeholt und ihr ein Schreiben entnommen, dass er nun Rolf reichte. Es trug Rolfs Adresse und mein Freund schaute deshalb erstaunt auf und fragte. Woher kennt mich Ihr Kapitän Melon? Mein Kapitän und ich haben ihre Namen schon oft gehört. Ich erfuhr heute auf dem Hafenamt, dass Sie hier eingetroffen seien, und erzählte das meinem Kapitän. Er bat mich dann, Ihnen dieses Schreiben zu überbringen und auf eine Antwort zu warten. Rolf öffnete den Brief. Er las ihn flüchtig durch und reichte ihn dann mir und fleht. In französischer Sprache stand dort, Monsieur, Jesu ist tres malide, sehne seis parzequoia. Wer net par ici, s'il du pleit. Gustave Leyen. Mein Herr, ich bin sehr krank, ich weiß nicht, was mir fehlt. Kommen Sie bitte hierher. Gustave Leyen. Ihr Kapitän ist krank und weiß nicht einmal, was ihm fehlt. Fragte Rolf den Steuermann erstaunt, hat er denn keinen Arzt kommen lassen? Mein Kapitän bat mich, darüber nicht mit Ihnen zu sprechen, er will Ihnen alles selbst erzählen. Wann wollen Sie mitkommen, es eilt wirklich sehr, Monsieur. Liegt Ihr Kapitän etwa im Sterben, Melon? Es scheint so, Monsieur, bitte kommen Sie doch so gleich mit, wir haben nur einen kurzen weg. Gut, ich komme sofort, warten Sie an der Rede auf uns, in einigen Minuten sind wir bereit. Der Matrose erhob sich, grüßte uns nochmals höflich und entfernte sich dann. Rolf schaute noch eine Weile auf den Brief, dann erhob er sich mit einem Ruck und erklärte. Du kannst mitkommen, Hans, während Sie, Mr. Fleth, uns mit Pongo heimlich folgen müssen. Noch wissen wir hier nicht, ob die ganze Geschichte nicht eine Falle für uns ist. Dann würde ich doch nicht hingehen, Mr. Toring, natürlich ist es eine Falle, irgendein Mensch hat Sie hier erkannt und hat vielleicht noch eine alte Abrechnung mit Ihnen. Daran dachte ich auch schon, aber ebenso gut kann es sich wirklich um einen Sterbenden handeln, dem ich die letzte Bitte erfüllen möchte, Mr. Fleth. Deshalb sollen Sie uns ja auch heimlich folgen und im rechten Augenblick eingreifen. Gut, verlassen Sie sich auf mich, Mr. Toring, wenn ich irgendeinen Verrat merke, dann erscheine ich mit Pongo auf der Bildfläche. Ah, Sie wollen sogar Ihre Pistole mitnehmen. Es ist für uns sicherer, Mr. Fleth, erklärte mein Freund, als er aus unserer Kabine seine Waffe holte, tu es gleichfalls, Hans, man kann nie wissen, was einem bevorsteht. Ich lief ebenfalls nach unserer Kabine und holte meine Pistole. Mr. Fleth trug ja unter seiner Jacke stets eine bei sich, auch wenn er in einer belebten Stadt sich aufhielt. Er als Amerikaner war es von früher her gewohnt, nie ohne Waffe auszugehen. Wir stiegen an Land und folgten dem Steuermann, der uns hier erwartet hatte. Er führte uns an der Rede entlang und wies schließlich auf einen alten Kutter, der etwa vier Meter vom Land verankert war. Mit einem kleinen Boot fuhren wir hin und betraten das Deck, das vollständig leer war. Der Steuermann und der Kapitän schienen die einzigen Menschen an Bord zu sein. Vorsichtig fasste ich in die Tasche, um meine Pistole sofort zu handhaben zu können, falls wir hier überfallen werden sollten. Das Schiff machte einen unheimlichen Eindruck auf mich, sodass ich am liebsten Rolf aufgefordert hätte, wiederum zu kehren. Aber schon hatten wir die Treppe erreicht, die nach unten führte. Hier brannte eine trübe Petroleum-Lampe, die den unteren Gang nur schwach erleuchtete. Der Steuermann stieg als erster die Stufen hinab und blieb dann am Fuß der Treppe abwarten stehen. Ich ließ ihn keine Sekunde aus den Augen, bemerkte aber nicht die geringste verdächtige Bewegung. Als wir dann den unteren Gang gleichfalls erreicht hatten, zeigte er auf eine Tür und nickte uns ernst zu. Dann öffnete er sie und bat uns höflich, einzutreten. Ich wollte zuerst zögern, aber als ich dann die Gestalt auf dem Uellager der Kajüte liegen sah, wusste ich sogleich, dass wir wirklich einen Sterbenden vor uns hatten. Ohne Zaudern traten wir nun ein und der Matrose schloß sogleich die Tür wieder hinter uns, ohne jedoch ebenfalls in die Kajüte zu treten. Der Mann auf dem Uellager streckte uns seine mageren Arme wie bettend entgegen und seine Augen schienen uns direkt anzuflehen. Wir vergaßen alle Vorsicht und näherten uns schnell dem Bett. Sie haben uns rufen lassen, Herr Kapitän Laien, ich bin Rolf Thoring und hier steht mein Freund Hans Wohren. Sie wollten uns sprechen, nicht wahr? Ja, meine Herren, ich muss Ihnen etwas mitteilen, erwiderte der Kranke so schwach, dass wir es kaum vernehmen konnten, wollen Sie bitte noch näher treten, ich kann nicht so laut sprechen. Wir standen nun direkt vor ihm. Der alte Mann griff mühsam unter sein Kissen und zog ein dickes Schriftstück hervor, das er mit zitternder Hand Rolf reichte. Es ist mein Testament, bitte wollen Sie es an sich nehmen und nach meinem Tod zu öffnen. Ich habe es vor zwei Stunden mühsam geschrieben. Ich erwarte jeden Augenblick meinen Tod. Aber was fehlt Ihnen denn, haben Sie keinen Arzt, Monsieur? fragte Rolf teilnehmend. Ein Arzt kann mir nichts mehr nützen, ich weiß allerdings jetzt genau, was ich habe, vor einer halben Stunde, als Melon mich verließ, habe ich es erfahren. Mein größter Feind war hier und hat mir verraten, dass er mich durch ein entschleichendes Gift umgebracht hat. Es gibt keine Rettung mehr für mich. Wollen Sie mir versprechen, meine letzte Bitte zu erfüllen und so zu handeln, wie es in meinem Testament steht? Ich verspreche es Ihnen, Monsieur Lion, erwiderte Rolf fest, aber wir reisen morgen früh von hier ab und es kann sein, dass ich erst nach langer Zeit mal wieder etwas von Ihnen erfahren werde. Wenn Sie bis morgen hier bleiben, dann wird Ihnen Melon die Nachricht von meinem Tote bringen, flüsterte der alte Mann. Ich habe noch eine zweite Bitte, die Sie mir vielleicht erfüllen könnten. Ich weiß, dass Sie eine Reise unternehmen, nehmen Sie Melon mit, er hat mir stets treu gedient. Nein, nein, Monsieur, mit mir geht es in einigen Stunden zu Ende, mir kann kein Mensch mehr helfen. Ich sterbe jetzt beruhigt, da ich mein Testament in guten Händen weiß. Das war bisher meine einzige Sorge, und ich hatte schon die Absicht, das Testament Melon zu übergeben, aber erst trotz seiner Treue nicht der Mann dazu, meinen letzten Willen auszuführen. Jetzt danke ich Gott, dass er sie geschickt hat. Wir gaben wie zum Heiligen Versprechen dem an die Hand. Plötzlich sah ich, wie seine Augen starr zur Tür blickten. Mit einem Ruck wandte ich mich um, aber ich bemerkte nur noch, wie sich die Tür blitzschnell schloss. Erschreckt schaute ich wieder auf den Alten, der mit geschlossenen Augen da lag und leise vor sich hinsprach. Rolf und ich beugten uns über ihn und vernahmen nun die Worte. Er war es, das war mein Mörder. Nehmen Sie sich vor Gastel in Acht, er will das Testament rauben, er will. Die folgenden Worte verstanden wir nicht mehr. Bald bewegten sich auch seine Lippen nicht mehr, und als wir ihn dann untersuchten, konnten wir nur noch seinen Tod feststellen. Ich rief laut nach Melon, der auch nach einer Weile erschien. Rolf teilte ihm den Tod seines Herrn mit, und dem jungen Menschen standen sogleich die Tränen in den Augen. Holen Sie einen Arzt, Melon, wir bleiben so lange hier auf dem Kutter. Haben Sie vor einigen Minuten hier auf dem Schiff einen Menschen gesehen? Wir bemerkten, dass die Tür heimlich geschlossen wurde. Mir war es, als wenn ich an Deck einen Schatten erblickte, Monsieur, aber ich glaubte mich getäuscht zu haben. War wirklich jemand an Bord? Kennen Sie einen Mann namens, Gastel, Melon? Nein, Monsieur, ich habe den Namen noch nie gehört. Dann eilen Sie jetzt, damit ein Arzt hier erscheint. Später wollen wir dann noch etwas besprechen. Melon verschwand. Wir stiegen hinauf an Deck und erwarteten seine Rückkehr. Ich sah Fleth und Pono in einiger Entfernung stehen und gab ihnen nun Zeichen, zu uns zu kommen. Wir erzählten ihnen dann von dem geheimnisvollen Besucher in der Kajüte und fragten sie, ob sie einen Menschen den Kutter hätten verlassen sehen. Beide verneinten das. Also musste sich der Mensch noch an Bord befinden und sich irgendwo versteckt haben. Sollten wir ihn suchen? War es unsere Pflicht, hier auf dem alten Kutter nach dem Rechten zu sehen? Bevor wir zu einem Entschluss gekommen waren, erschien schon Melon mit einem älteren Herrn wieder. Beider begaben sich hinunter in die Kabine, während wir an Deck stehen blieben. Schon nach kurzer Zeit kehrte der Arzt zurück und überreichte Rolf den Totenschein, den er in der Kabine sogleich ausgeschrieben hatte. Die Beerdigung muss sofort erfolgen, Monsieur. Erklärte er uns, sie dürfen wegen der Hitze den Toten nicht zu lange über der Erde behalten. Und woran ist der Mann gestorben? Fragte Rolf. Ein schleichendes Fieber, wie es hier oft vorkommt, Monsieur, der Mann war nicht zu retten. Gleich darauf hatte er den Kutter wieder verlassen. Wir erfuhren nun von Melon, dass Kapitän Leyen den Kutter nur gemietet hatte und er ihn in einem Monat wieder abliefern wollte. Dies alles musste nun in kurzer Zeit erledigt werden, und da wir unsere Abreise am nächsten Morgen nicht verschieben wollten, schickte Rolf Pong nur zu Kapitän Hoffmann, der sogleich mit einigen Leuten unserer Besatzung erscheinen sollte, um für das Begräbnis und später für den Kutter zu sorgen. Wir untersuchten inzwischen nochmals die Kajüte des Verstorbenen und fanden jetzt einen kleinen Wandschrank erbrochen. Dies musste soeben erst geschehen sein, denn vorher hatten wir davon noch nichts bemerkt. Das kann nur dieser Gasto gewesen sein, erklärte Rolf, er muss sich noch auf dem Schiff befinden. Wir wollen es gründlich durchsuchen, ich halte die Angaben Lines für richtig. Gasto wird sein Mörder sein. Wir wollten aber mit der Durchsuchung des Kutters bis zur Ankunft unseres Kapitäns warten und stiegen deshalb wieder an Deck. Mustern schauten wir uns hier nach allen Seiten um. Ich hatte das Gefühl, als ob sich der uns unbekannte Gasto ganz in unserer Nähe aufhalte, und ließ deshalb meine Blicke immer wieder forschend über das Deck schweifen. Melon schien dasselbe zu fühlen, denn er schritt unruhig auf und ab und untersuchte jedes Versteck, das sich hier oben bot. Plötzlich ergriff mich Rolf heftig am Arm und deutete seitwärts aufs Wasser. Dort entkommt er, er hat ein schmales Kanu, so dass wir ihn nicht mehr einholen können. Es war sicher Gasto, der sich hier an Bord versteckt hatte. Ich sah noch den Schatten eines Bootes pfalschnell in der Dunkelheit verschwinden. Auch Fleth hatte es bemerkt, aber wir sahen ein, dass wir nichts mehr ausrichten konnten. In diesem Augenblick traf auch Kapitän Hoffmann mit John und Klaus ein. Rasch hatten wir ihn verständigt, und obwohl jetzt eigentlich eine Durchsuchung des Kutters nicht mehr nötig war, kontrollierten wir ihn doch noch genau. In der Kajüte des toten Kapitäns fanden wir nichts von Bedeutung, keine Wertsachen oder Aufzeichnungen. Trotzdem behauptete Melon, dass sein Kapitän ein kleines Tagebuch besessen habe, das stets in dem erbrochenen Wandschrank lag. Jetzt war es verschwunden. Kapitän Hoffmann wollte sofort für die Beerdigung des toten Kapitäns sorgen, so dass wir ihn am frühen Morgen bestatten konnten. Rolf forderte Melon auf, uns auf unser Reiseboot zu begleiten, aber der treue Steuermann bat, auf dem Kutter so lange bleiben zu dürfen, bis sein Kapitän diesen verlassen habe. So kehrten wir denn allein auf unser Boot zurück, während Hoffmann mit Pono und seinen Leuten auf dem Kutter blieb. Es war schon spät geworden, und Rolf hatte heute keine Lust mehr, das seltsame Testament des Kapitäns Lines zu lesen. Wären es nur zwei oder drei Seiten gewesen, dann hätte er es jetzt sofort geöffnet, aber die Dicke des Briefumschlages ließ auf einen langen Bericht schließen. Wir begaben uns zur Ruhe, und ich schlief auch sofort ein. Gleich bei Sonnenaufgang erwachte ich aber schon wieder und vermisste Rolf, der vor mir die Kabine schon verlassen haben musste. Ich traf ihn später, als ich mich angekleidet hatte, auf unserer Veranda. Er war damit beschäftigt, das Testament des Kapitäns Lines zu lesen. Als er mich sah, nickte er mir lächelnd zu. Ein seltsames Testament, Hans, es bringt uns sicher viele Abenteuer ein. Du musst es später auch lesen, damit du Bescheid weißt. Es ist nur dumm, dass dieser Gasto das Tagebuch des Kapitäns geraubt hat, denn hier befindet sich in dem Testament nur der eine Teil einer Zeichnung, während der andere im Tagebuch auskitziert ist, das sich nun in den Händen dieses Gasto befindet. Ah, es handelt sich wohl um irgendeinen Schatz oder dergleichen, Rolf? fragte ich erstaunt. Nein, nur um eine große Geldsumme, die Lain für seine Tochter bestimmt hat. So ist er verheiratet, Rolf? Von seiner Frau ist im Testament nichts erwähnt, vielleicht ist sie schon tot. Hier steht nur etwas von seiner Tochter, von der wir aber auch nicht wissen, wo sie sich aufhält. Wir erfahren das erst in Lamy, in der Nähe des Tschadsees, wir sollen uns dort bei einem Herrn Terrier melden, der uns den Aufenthalt von Fräulein Lain mitteilen wird. Und wie alt ist diese Tochter, Rolf? 19 Jahre. Es ist ein ganz komisches Testament, du musst es selbst lesen, damit du die Vorgeschichte genau kennst. Am besten ist es, wenn du es gleichzeitig mit Mr. Flair tust. Und steht etwas von Gasto darin, Rolf? Sehr viel sogar. Dieser Gasto scheint ein übler Bursche zu sein, der nun alles versuchen wird, sich in den Besitz des zweiten Teils der Skizze zu setzen, der sich in meinen Händen befindet. Er hat Lain tatsächlich ermordet und will den Goldbeutel holen, den Lain für seine Tochter versteckt hat. Wir müssen uns sehr in Acht nehmen, denn dieser Gasto hat uns gestern Nacht bestimmt genau gesehen und weiß nun natürlich, was wir tun wollen. Doch da kommt John, er wird uns berichten, wann die Beerdigung Kapitän Lains ist. Gleich darauf stand John vor uns. Auch Mr. Flair erschien jetzt und hörte mit Erstaunen, dass Kapitän Hoffmann noch in der Nacht alles für die Beerdigung besorgt hatte. Mr. Flair hatte Kapitän Hoffmann genügend Geld zugesteckt, damit wir an diesem Vormittag noch abreisen konnten. Und für Geld ist gewöhnlich überall alles zu erreichen. Schon um 9 Uhr früh trugen wir den Kapitän zu Grabe. Trotz der Einfachheit der Beerdigung war ich doch ergriffen, obwohl ich den Mann gar nicht näher kannte. Am meisten trauerte Melon, der seinen Kapitän wirklich lieb gehabt haben mochte. Als wir auf unser Reiseboot zurückgekehrt waren, traf eine Stunde später auch Melon bei uns ein. Er wollte sich von uns verabschieden und dann versuchen, irgendwo eine neue Heuer zu bekommen. Er trug seinen Seemannssack bei sich, der alle seine Habseligkeiten enthielt. »Wollen Sie nicht mit uns die Reise unternehmen, Melon?« fragte ihn Rolf. »Ihr Kapitän bat mich, sie mitzunehmen, und außerdem könnten Sie mithelfen, seinen letzten Willen auszuführen.« Melons Augen glänzten. Er sagte sofort zu und bedankte sich herzlichst, als Flair ihn zum zweiten Steuermann ernannte. »Wir waren überzeugt, dass wir durch ihn unsere Besatzung um einen treuen Menschen vermehrt hatten.« Dann, als Kapitän Hoffmann sich nochmals von uns verabschiedet hatte, wurden endlich die Anker eingeholt und langsam ging es aus dem Hafen hinaus. Unsere Niger-Fahrt hatte begonnen. Dieser gewaltige Strom besitzt auch ein großes Mündungstilter, ähnlich dem des Gannes-Stromes. Der Hauptarm, auf dem wir nun fuhren, führt auch den Namen »Nun, doch will ich hier immer nur vom Niger sprechen, damit der Leser nicht irritiert wird.« Zweite Kapitel Das Testament des Abenteurers Rechts und links des Stromes standen an den Ufern gewaltige Mangrovenwälder, die die unzähligen Inseln längs des Meeres, zwischen denen auf einer Küstenstrecke von fast 600 Kilometern die Gewässer des Nigers sich durch 22 Mündungen in den Ozeanergießen, umsäumen. Ab und zu tauchten auch kleine Niederlassungen auf, die friedlich an den fruchtbaren Ufern in Mitten dieser Waldungen auf ausgeodeten Lichtungen lagen. Kleine Dampfer zogen an uns vorüber, die den Verkehr zwischen Acasa und Locoia und weiter den Niger hinauf vermittelten. Unser Reiseboot wurde kaum beachtet, umso mehr fiel es uns auf, als von einer so eben vor uns aufgetauchten Niederlassung ein Motorboot auf uns zugeschossen kam und der Mann am Steuer uns ein Zeichen gab, unsere Fahrt zu stoppen. Wir befolgten natürlich diesen Wink vorerst noch nicht, sondern warteten, bis das Board neben uns lag. Ein Mann in weißem Tropenanzug saß am Steuer und begrüßte uns sehr höflich. Es war ein Engländer, der sich uns unter dem Namen Frank vorstellte. Ich habe eine große Bitte an Sie, meine Herren, redete er auf uns ein, als Rolf ihn bat, an Bord unseres Bootes zu kommen. Ich erfuhr soeben aus Acasa, dass Sie beabsichtigen, den Niger hinaufzufahren, und ich wollte Sie nun bitten, mir eine große Gefälligkeit zu erweisen. Würden Sie die große Liebenswürdigkeit haben, zwei Kisten mit Waren bis Locoia mitzunehmen. Ich möchte Sie nämlich nicht den Dampfern anvertrauen, da in der letzten Zeit unsere Waren oft gestohlen wurden. Ich habe aus Acasa erfahren, wer Sie sind, und wiederhole deshalb nochmals meine Bitte. Mir liegt sehr viel daran, dass diese Kisten und Facet in Locoia eintreffen. Aber wir gebrauchen ja eine viel längere Zeit als die Dampfschiffe, Mr. Frank, warf Rolf ein, es kann sein, dass wir erst nach zwei bis drei Wochen in Locoia eintreffen. Das macht nichts, mir liegt nur daran, dass die Kisten unversehrt dort eintreffen. Ob dies nun etwas länger dauert, spielt wirklich keine Rolle. Und wie erfuhren Sie, dass wir den Niger hinauf wollen, Mr. Frank? Erkundigte sich Fleth. Nun, ich fragte auf dem Hafenamt an, ob zur Zeit ein Privatboot nach Locoia abgeht, da erfuhr ich ihre Namen. Ich wollte mich schon in Acasa mit Ihnen in Verbindung setzen, unterließ dies jedoch, weil die Konkurrenz zu sehr aufpasst. So beschloss ich denn, Ihnen hier auf dem Wasser meine Bitte vorzutragen. Es ist doch keine Schmuggelware, die wir mitnehmen sollen, Mr. Frank? fragte Rolf argwünsch. Nein, nein, das würde ich Ihnen gar nicht anbieten. Sie sollen selbst den Inhalt der Kisten sehen, ich kann Ihnen ja ganz offen sagen, dass ich meiner Konkurrenz ein Schnüppchen schlagen will. Rolf schaute Fleth fragend an. Dieser hatte nichts dagegen, die Kisten mitzunehmen, aber wollte auch keine Garantie übernehmen, falls ihn unterwegs etwas zustieß. Das wäre dann höhere Gewalt, mein Herr, ich will Sie zu nichts verpflichten. Ich bezahle Ihnen die Fracht und bitte Sie nur, die Kisten in Locoia am Hafen dem Mann auszuliefern, der sich bei Ihnen melden wird. Ich bespreche dann alles noch mit Ihnen. Wir sagten schließlich zu. Fleth gab Melon, der augenblicklich am Steuer stand, einen Wink, die Niederlassung anzusteuern. Eine Viertelstunde später lagen wir vor dem Ankerplatz Franks und gingen an Land. Wir wollten uns den Inhalt der Kisten genau ansehen, um nicht, wenn auch unbewusst, unsere Hand zur Schmuggelei zu reichen. Zwar hatten wir hier keine Grenze mehr zu parieren, aber es konnte sich immerhin um solche eingeschmuggelte Ware handeln, die wir nun weiter ins Land schleppen sollten. Da wir uns hier auf der Niederlassung nicht lange aufhalten wollten, ließen wir uns sofort nach dem Lager Schuppen führen. Frank wies auf zwei große Kisten, die noch nicht zu genagelt waren. Vor unseren Augen ließ er sie wieder auspacken und zeigte uns den Inhalt. Es handelte sich um Stoffe, die in Locoia sehr gebraucht wurden. Während dann die Kisten wieder zu genagelt wurden, zeigte er uns die Zollvermerke, da es die Ware ganz einwandfrei war. Nun waren wir beruhigt und baten Frank nur, die Kisten so schnell wie möglich an Bord zu schaffen. Wir wollten uns hier nicht lange aufhalten und lehnten auch ein Frühstück ab. Kurze Zeit darauf wurden von sechs Negern die Kisten gebracht. Frank besprach dann noch mit Rolf, wem er sie in Locoia ausliefern sollte und bedankte sich nochmals sehr, dass wir ihm den Gefallen täten. Bald schwammen wir wieder auf dem Strom und hatten schon nach kurzer Zeit die Kisten vergessen, die seitwärts an der Reling zugedeckt standen und nur wenig Platz fortnahmen. Als wir die Ufer des Niger genügend betrachtet hatten, übergab Rolf mir das Testament des Toten Kapitänz. Lies es durch, Hans, und gib es dann Mr. Fleth. Wir werden bei Onetscher landen müssen, um die Bitte Lies zu erfüllen. Vielleicht gelingt es uns, ohne die andere Hälfte der Zeichnung die bewusste Stelle zu finden. Ich war wirklich neugierig, was in dem Testament stand und suchte sogleich einen versteckten Platz auf dem Boot auf, um in aller Ruhe das Testament lesen zu können. Es waren dicht beschriebene Blätter und ich wunderte mich, wie Lime noch die Kraft hatte aufbringen können, dieses Schreiben zu verfassen. Bald hatte ich alles um mich vergessen, so interessant war das, was ich las. Ich will hier nicht wörtlich das Testament wiederholen, sondern nur den Inhalt kurz angeben. Lien war ein Franzose, der schon früh seine Heimat verließ. Er wurde ein Abenteurer und trieb sich in der ganzen Welt umher. Als einfacher Matrose zog er aus und wurde nach Jahren zum Kapitän ernannt. Zwischendurch aber trieb er sich in allen Ländern umher und kehrte erst wieder zur Seefahrt zurück, wenn es ihm zu langweilig wurde oder ihm die Mittel ausgingen. Vor einem Jahr landete er in Akasa und bekam hier Lust, Nigeria zu bereisen. Auch er fuhr den Niger aufwärts und erlebte unterwegs viele Abenteuer. In seinem Testament erwähnte er nur flüchtig, dass er eine Tochter besaß, doch sprach er nie von seiner Frau. Auch gab er nicht an, wo sich die Tochter aufhielt. Dann aber erzählte er, dass es ihm gelungen war, große Reichtümer zu erwerben, doch führte er nicht an, womit. Sein Gefährte war damals Gasto, der ihm auf seinen Streifereien getreu zur Seite stand. Aber Gasto, der gleich ihm viel verdiente, verjubelte sein Geld sofort, er spielte und trank und dachte nicht daran, da sein Geld eines Tages ausgegeben war. Dann kehrte er immer wieder zu Laien zurück und versuchte, sich Geld von ihm zu leihen. Laien aber tat dies nicht und so entspann sich mit der Zeit zwischen beiden Freunden eine gegenseitige Abneigung. Schließlich versuchte es Gasto, Laien zu bewegen, ihm seine Tochter zur Frau zu geben und dieses Verlangen führte dann zum endgültigen Bruch zwischen beiden. Gasto schwor Laienrache und verfolgte ihn auf Schritt und Tritt. Laien wurde oft nachts überfallen und befand sich manchmal in einer verhängnisvollen Lage. Aber da er sein Vermögen versteckt hatte und Gasto von ihm nie erfuhr, wo er es verborgen hatte, verschonte ihn sein ehemaliger Freund in der Hoffnung, doch noch das Versteck des Geldes zu erfahren. So gelang es Laien immer wieder, zu entfliehen. Er sah sich nun besser vor und als er dann Melon traf und sich mit ihm zusammentat, konnte Gasto kaum noch etwas gegen ihn unternehmen. Laien hatte sich dann den alten Kurter gemietet, doch führte er auch nicht an, zu welchem Zweck. Auf seiner letzten Fahrt erkrankte er plötzlich und begann, langsam hinzusichen. Zu spät bemerkte er, dass ihm ein schleichendes Gift beigebracht worden war und er wollte seinen chinesischen Koch deswegen zur Rede stellen, denn nur durch das Essen konnte er das Gift erhalten haben. Jedoch der Chinese hatte lunte Gerochen und war eines Morgens spurlos verschwunden. Anstatt dass Laien einen Arzt aufsuchte, hoffte er, dass das Gift in seiner Wirkung von selbst nachlassern werde, doch sah er sich darin getäuscht. Als schwerkranker Mensch traf er mit Melon in der Kasse wieder ein und sah nun seinen Tod vor Augen. Er machte sich nun Gewissensbisse, dass er sich um seine Tochter kaum bekümmert hatte und wollte ihr sein erworbenes Vermögen überbringen lassen. Er dachte dabei an Melon, aber er wusste auch, dass dieser von Gasto, der noch immer in seiner Nähe weilte, leicht überlistet worden wäre. Als er dann erfuhr, dass wir in Akasa eingetroffen waren, bat er uns zu sich und sprach die Bitte aus, seinen letzten Willen zu erfüllen. Wir sollten nach Onitscha fahren und dort zwischen zwei Bergen eine bestimmte Stelle aufsuchen, die er genau aufzeichnete. Diese Zeichnung aber riss er in der Mitte in zwei, so dass niemand an der einen Hälfte entnehmen konnte, welche Gegend gemeint war, da auf der Zeichnung kein Name angegeben war. Laien vergaß uns zu sagen, dass in seinem Tagebuch die andere Hälfte der Skizze steckte und dieses Buch hatte nun Gasto erbeutet. Zum Glück wusste er aber nicht, welche Gegend mit der halben Skizze gemeint war und Rolf hoffte nun, dass er den Versuch machen werde, die in unseren Händen befindliche andere Hälfte zu rauben, so dass wir ihn abfassen konnten. In dem Versteck Kleins würden wir einen Geldbeutel finden, den wir seiner Tochter überbringen sollten. Ihren Aufenthalt konnten wir in Lamy erfahren, wo wir uns an einen Herrn Terriol wenden mussten. Als ich das Testament gelesen hatte, ließ ich meine Blicke versonnen über das Wasser schweifen. Ich überlegte, womit diese Abenteurer sich ein Vermögen erworben haben konnte. Schließlich kam ich wohl auf den richtigen Gedanken, da ich an den alten Kurter dachte. Laien hatte Schmuggel betrieben. Ich erhob mich und suchte Fleth auf, dem ich das Testament übergab. Er wollte es gleichfalls sofort lesen und suchte zu diesem Zweck seine Kabin auf. Rolf nickte mir ernst zu, als ich ihn traf. Hast du alles gelesen, Hans? Ich glaube, wir werden durch dieses Testament einige Abenteuer erleben, denn Gastor wird sicher keine Ruhe geben. Das glaube ich auch, Rolf, aber wie soll er es anstellen, die andere Hälfte der Zeichnung zu erhalten? Er müsste doch schon an Bord kommen und einen Diebstahl ausführen. Oder er verfolgt uns und beobachtet, wohin wir uns wenden. Er hat zwar den Teil der Skizze, wo die Stelle ungefähr angegeben ist. Diese muss in einem Tal liegen, und ich denke dabei an eine Höhle oder dergleichen. Wir werden sicher lange suchen müssen, um das Versteck zu finden, Rolf, wir hätten uns gar nicht darauf einlassen sollen, denn ich habe das Gefühl, dass es sich hier um unreglich erworbenes Geld handelt. Den selben Eindruck hatte auch ich, als ich das Testament las, lieber Hans, aber wir haben nun einmal einem Sterbenden unser Wort verpfändet und müssen es auch halten. Ich wundere mich nur darüber, warum Leyen uns nicht angibt, wo wir seine Tochter finden können. Vielleicht hatte er Furcht, dass das Testament in falsche Hände geraten könnte, Rolf. Deshalb legte er auch nicht die vollständige Zeichnung bei. Es ist zu dumm, dass er uns nichts davon sagte. Nun, er war durch die Abfassung des Testaments schon so überanstrengend, dass er kaum noch die Kraft hatte, mit uns zu sprechen. Ich werde Melon später fragen, was für einen Handel er mit Leyen trieb, aber ich glaube, dass er mir nicht die Wahrheit sagen wird. Leyen hat ihm sicher das Versprechen abgenommen, uns darüber nichts zu erzählen. Das glaube ich auch, na, es kann uns schließlich gleichgültig sein, was Leyen trieb. In drei Tagen haben wir die 200 Kilometer bis Onetscher geschafft. Bis dahin kann sich noch vieles ereignen. Wir müssen des Nachts scharf aufpassen, denn nur dann wird Gastro den Versuch unternehmen, sich in den Besitz des Testamentes zu setzen. Das stimmt, Hans, aber wir machen es so wie auf dem Kongo, wir gehen nicht direkt ans Ufer, sondern ankern stets in einiger Entfernung. Außerdem richten wir Nachtwachen ein, die ständig an Bord auf- und abschreiten müssen. Von den Negern haben wir ja hier nichts zu befürchten, die leben friedlich und sind den Weißen nicht feindlich gesinnt. Vielleicht stellen wir Gastro auch eine Falle, um ihm die Skizze abzunehmen. Gegen Gastro können wir sonst nichts weiter unternehmen, Rolf, da wir ihm nichts nachweisen können. Ob der Leyen durch den Chinesen vergiften ließ, ist nicht mehr festzustellen, der Arzt erklärte doch auch, dass der Kapitän an einem schleichenden Fieber gestorben sei. Wir sind auch nicht hier, um einen Mörder zu überführen, Hans, ihn wird schon einmal sein Schicksal ereilen. Was anderes ist es natürlich, wenn er gegen uns auftreten sollte, dann nehmen wir keine Rücksicht auf ihn. Doch jetzt wollen wir nicht weiter von diesen traurigen Dingen sprechen, schau dir lieber die Ufer des Stromes an, das bringt dich auf andere Gedanken. Rolf hatte recht. Die Farbenpracht der Ufer war wirklich wunderbar. Wie ein Urwald stand der Mangrovenwald, und dazwischen leuchteten die vielen Blüten der niedrigen Sträucher. Ich wäre am liebsten einmal ausgestiegen, um durch diese Wälder zu streifen und ein Wild zu erjagen. Noch hatten wir aber genügend Fleisch an Bord, doch morgen wollte ich den Versuch machen, ein kleineres Wild zu erlegen. Viel Fleisch konnten wir hier nicht an Bord nehmen, denn in der großen Hitze verdarb uns das meiste schnell. Nach einer Stunde erschien Mr. Fleth wieder. Auch er war der Ansicht, dass Gastow bestimmt in einer Nacht den Versuch unternehmen werde, uns zu bestehlen. Er hatte das Gefühl, dass dieser uns ständig beobachte und uns nicht aus den Augen lasse. Am Nachmittag begegneten wir einem Polizeiboot, das uns anhielt und uns fragte, ob wir ein verdächtiges Schiff gesehen hätten, ein Flachboot wie das unsere. Darauf sollten sich sechs weiße aufhalten, die schon verschiedene Ueberfälle auf vereinzelt liegende Niederlassungen und auch auf kleinere Fahrzeuge unternommen hatten. Da wir einem solchen Boot bisher noch nicht begegnet waren, kehrte das Polizeifahrzeug wieder um und da es uns an Schnelligkeit weit überlegen war, verschwand es bald wieder vor uns. Die Gegend scheint doch nicht so sicher zu sein, wie ich annahm, Hans meinte Rolf zu mir, als wir an der Bordseite standen und dem Fahrzeug nachschauten. Vor den Wilden haben wir Ruhe, aber die Weißen scheinen hier ein herrliches Banditenleben zu führen. Zuerst die Geschichte mit Lein und Gasto und nun noch ein Banditenboot. Da wird es in der Nacht allerhand für uns zu tun geben, falls es die Herren gelüstet, auch uns zu berauben. Wenn nur Gasto sich nicht mit diesen Leuten in Verbindung setzt, Rolf, meinte ich, dann hätten wir wirklich nichts zu lachen. Vielleicht gehört er sogar zu dieser Bande, warf Fleth ein, zuzutrauen wäre es ihm schon. Wenn wir nur wüstern, wie der Mensch ansieht, wir haben nicht einmal seinen Schatten gesehen. Als die Tür hinter uns in der Kabine des Kapitäns zuging, glaubten wir ja erst, dass es Melon sei, der eintreten wollte, sonst hätten wir den Kerl noch abgefasst. Aber Melon wird ihn kennen, auch wenn er seinen Namen nicht weiß, er kann uns Bescheid sagen, wenn er ihn sieht. Vom Banditenboot haben wir heute nichts zu fürchten, solange die Polizei sich hier auf dem Strom umher treibt, Rolf. In der Nacht brauchen sie die Polizisten nicht zu fürchten, da verdeckt die Dunkelheit alles. Sicher liegen die Banditen jetzt in einem sicheren Versteck und beobachten das Polizeiboot. Es ist nur gut, dass wir nun wissen, wie das Boot aussieht, denn nicht viele Flachboote befahren den Fluss. Wenn wir in der Nacht aufpassen, dann können die Kerle nicht an uns herankommen, Mr. Thoring, meinte Fleth lächelnd, sie vergessen ganz, dass wir ein gutes Maschinengewehr an Bord führen, das uns die Leute vom Halse halten wird. Sie können doch aber nicht auf jedes Boot schießen, das sich uns nähert, Mr. Fleth, erwiderte Rolf. Sind die Kerle aber erst nahe genug herangekommen, dann nützt uns auch ihr Maschinengewehr nichts, wenn sie uns mit einigen gut gezielten Schüssen erledigen. Na, dann lassen wir sie eben nicht herankommen, Mr. Thoring, ich schlage vor, dass wir uns bis Onitscha an den Nachtwachen beteiligen. Unsere Neger sind ja gute Kerle, aber sie haben doch keine Ahnung, wie sie sich benehmen sollen, wenn sich uns das Banditenboot nähern sollte. Ich dachte auch schon daran, dass wir uns an den Nachtwachen beteiligen, erklärte Rolf. Noch besser wäre es ja, wenn wir bei Einbruch der Dunkelheit eine Niederlassung aufsuchten, um dort die Nacht zu verbringen. Das wird nicht immer gehen, machen, wir sind in Anzahl überlegen und werden sie schon würdig empfangen, falls sie die Absicht haben, uns anzugreifen. Ein Angreifer ist immer im Vorteil, Mr. Fleth, erwiderte mein Freund ernst, hauptsächlich, wenn dieser in der Nacht erscheint und wir nicht vorbereitet sind. Sie werden uns vorbereitet finden, Mr. Thoring, verlassen sie sich darauf. Doch was hat ihr Pono? Er Ich sah auf. Pono stand neben dem Buchhäuschen und winkte uns eifrig zu. Ich wusste sofort, dass irgendetwas Wichtiges vorgefallen war und beeilte mich gleich meinen Freunden, zu ihm zu gelangen. Sofort berichtete er uns, dass weit vor dem Boot auf einer Landzone ein Mensch stehe und unserem Boot Winkel gebe, ihn abzuholen. Man ganz nass ist, Massas, erklärte er weiter, mal ins Wasser gefallen sein Mus, vielleicht Boot untergegangen. Wir hatten unsere Ferngläser vor die Augen genommen und musterten den Menschen, der immer noch heftig winkte, genau. Es schien ein Farmer zu sein, der wirklich soeben ein nasses Bad genommen haben musste. Pono mit seinen scharfen Augen hatte dies sogleich erkannt. Wir wollen zu ihm fahren und ihn fragen, was ihm geschehen ist, meinte Rolf nach einer Weile. Wie ein Bandit allein dürfen wir den Mann hier nicht zurück lassen. Aber warum hat er sich dem Polizeiboot, das doch kurz vor uns den Strom passierte, nicht bemerkbar gemacht, Rolf? Warf ich voller Misstrauen ein, er wird doch hier schon eine ganze Weile stehen. Das stimmt, Hans, aber wir werden es sofort erfahren. Jetzt, da er sieht, dass wir ihm zur Hilfe kommen, hat er sich beruhigt und sich am Boden niedergelassen, er wird sehr erschöpft sein. Langsam näherte sich unser Fahrzeug der Landzunge. Da es sehr flach im Wasser lag, konnten wir bis ans Land heranfahren. Der Mann kam sogleich zu uns an Bord, bedankte sich vielmals, dass wir ihm geholfen hatten. Ich bin aus Onitscha, meine Herren, erklärte er uns, ich war mit einem kleinen Boot mit Außenbordmotor nach Akasa unterwegs, dort meinen Bruder zu besuchen. Hier kurz vor der Landzunge begegnete ich dem Polizeiboot, doch wunderte ich mich, dass der Sergeant Floch nicht darin saß. Es war sein Boot, das ihm persönlich gehört. Ich fragte die Leute, wo Floch sei, und musste nun auch feststellen, dass die vier Polizisten ganz andere Leute waren als die, die Floch sonst auf seinen Fahrten begleiteten. Der Sergeant erwiderte mir mürrisch, dass mich das nichts angehe, und fragte mich dann aus, wohin ich fahren wollte. Ich gab der Wahrheit gemäß Auskunft und fuhr dann weiter. Aber ich hatte meine Fahrt verlangsamt, und als ich die Landzunge passierte, wurde ich plötzlich vom Walde aus beschossen. Die Kugeln durchschlugen die Seitenwand meines kleinen Fahrzeuges unter der Wasserlinie, so dass es sofort zu sinken begann. Ich konnte die Löcher nicht verstopfen und bemühte mich nur, so schnell wie möglich das Land zu erreichen. Doch etwa 50 Meter vom Ufer entfernt sank mein Boot und ich musste mich schwimmend retten. Von welcher Uferseite wurden sie denn beschossen? fragte Rolf interessiert. Hier von dieser Seite. Ich glaubte zuerst, dass die Leute mich verkannt hätten, aber auf meinen Rufen antwortete niemand, nur neue Schüsse fielen. Da ich keine Zeit mehr hatte, die weiter entfernt liegende andere Uferseite zu erreichen, musste ich schon hier zu landen versuchen, aber wie ich schon sagte, glückte mir das mit meinem Boot nicht mehr. Als ich dann das Ufer bestieg, sah ich mich vergeblich nach den unsichtbaren Schützen um. Diese hatten schon längst das weiter gesucht. Wenige Minuten später sah ich ihr Fahrzeug in der Ferne auftauchen und als sie näher kamen, winkte ich ihnen zu. Sie haben keinen dieser Leute bemerkt, die auf sie schossen? Erkundigte sich Rolf weiter. Nein, sie standen hinter den dichten Büschen und feuerten ziemlich genau. Einmal war es mir allerdings, als wenn hinter dem einen Busch etwas aufblitzte, aber es wird der Lauf eines Gewehres gewesen sein. Der Mann war ein Farmer aus der Nähe von Onetschia mit dem Namen Charles Fendel. Er glaubte, dass die Banditen, die den Strom seit einiger Zeit unsicher machten, ihm diesen Streich gespielt hätten. Aber er wusste nicht, weshalb sie es taten, denn nur sein Boot zu versenken und dann Reiß auszunehmen, das war die ganze Schießerei Pono hat ihn einige Minuten schweigend beobachtet und flüsterte mir nun, als wir unsere Fahrt fortsetzten, zu Mann gut sein, Masa warren, er nicht falsch ist und die Wahrheit gesagt hat. So, können wir uns darauf verlassen, Pono? fragte ich lächelnd, obwohl ich seine Menschenkenntnis schon oft bewundert hatte. Masa hat sich darauf verlassen können, Mann gut ist, bestätigte unser treuer Begleiter nochmals. Na, das beruhigte mich wieder einigermaßen, denn wir mussten jetzt gegen jeden Menschen misstrauisch sein. Ich teilte auch Rolf und Fleth mit, was Pono behauptet hatte. Rolf nickte mir nur zu und sagte, ich weiß, Hans, der Mann ist wirklich gut. Es verhält sich so, wie er uns sagte. Ich wusste zwar nicht, wie Rolf dies so schnell erfahren hatte, aber ich gab mich zufrieden. Dritter Kapitel Ein Schatten in der Nacht. Rolf war den ganzen Nachmittag schweigsam geworden, er sang über irgendeine Sache nach. Ich machte verschiedene Male den Versuch, ihn auszufragen, aber er erzählte mir nicht, worüber er sich Gedanken machte. Wir waren noch an zwei Niederlassungen vorübergekommen, doch Mr. Fende hatte nicht den Wunsch geäußert, an Land zu gehen. Er wollte zurück nach Onitscha und uns bis gab sogleich seine Zustimmung, ja, er redete Fendel noch zu, an Bord zu bleiben. So verging auch der Nachmittag und bald musste nun die Nacht hereinbrechen. Es war Zeit, dass wir uns nach einem geeigneten Ankerplatz umsahen und da Mr. Fendel den Strom genau kannte, fragte ihn Rolf Umrat. Wir erreichen bald eine kleine Bucht, die dazu ganz geeignet ist, Mr. Thoring, erklärte er sofort, dort brauchen sie auch keine Befürchtungen zu haben, von den Banditen überrascht zu werden. In dieser Gegend kreuzt gewöhnlich in der Nacht das Polizeiboot des Sergenten Floog, ja, er hat sogar selbst ein paar Mal in der Bucht übernachtet. Rolf nickte ernst. Dann werden wir sicher auch das Polizeiboot dort antreffen, meinte er sinnend. Was halten Sie von den Leuten, Mr. Fendel? Sergent Floog wird abgelöst worden sein und hat sein Boot für einige Zeit seinem Kollegen zur Verfügung gestellt, Mr. Toring, nur gefällt mir der Mann nicht, er scheint mir zu unwirsch zu sein. Dann befürchte ich, dass wir in der Bucht nicht bleiben können, vielleicht will er selbst dort übernachten. Es ist Platz genug für mehrere solcher Boote dort, Mr. Toring. Was kann der Mann dagegen haben, wenn auch Sie die Bucht aufsuchen? Sie haben doch schließlich das Recht, überall zu landen. Das schon. Na, wir werden ja sehen. Zeigen Sie uns bitte die Bucht, Mr. Fendel, ich muss sie vorher genau untersuchen, schon aus einem bestimmten anderen Grund. Ah, Sie denken tatsächlich an die Banditen, Mr. Toring. Rolf zuckte die Achseln. Ich bin stets vorsichtig und rechne mit allen Möglichkeiten. Hoffentlich bleiben wir in der Bucht allein, es wäre mir gar nicht angenehm, wenn das Polizeiboot auch dort erschiene. Aber es wäre doch ein sicherer Schutz für Sie, Mr. Toring. Haben die Polizisten Sie beschützt, als die Banditen Sie angriffen, Mr. Fendel? Und doch waren sie nur eine kurze Strecke von ihnen entfernt und hätten die Schüsse hören müssen. Donnerwetter, da haben Sie Recht, Mr. Toring, das verstehe ich nun auch nicht. Aber ich glaube es zu verstehen, Mr. Fendel. Na, warten wir die Nacht ab, wir werden vorbereitet sein, auch wenn das Polizeiboot erscheinen sollte. Ich schaute Rolf ganz verwundert an. Was hatte er nur? Er schien sich zu ärgern, da es die Polizisten Fendel nicht zur Hilfe geeilt waren. Doch vielleicht hatten sie wirklich nicht die Schüsse gehört, da ihr Fendel zum rechten Ufer hinüber und erklärte, da es dort die kleine Bucht liege. Sofort nahm Melon Kurs darauf und zehn Minuten später fuhren wir in die Bucht hinein. Sie schien wirklich ein idealer Ankerplatz zu sein, da sie nur eine kleine Einfahrt hatte und sich dann zu einem kleinen Rundensee erweiterte. Rolf musterte sie kritisch, er schien gar nicht so entzückt weg und so ließen wir denn in ihre Mitte die Anker fallen. Pono, Rolf und ich bestiegen dann unser Beilboot und ruderten an Land. Wir wollten die Umgebung der Bucht genau untersuchen und feststellen, ob nachher in der letzten Zeit Menschen gekommen waren. Wir konnten dies am bequemsten tun, indem wir die Bucht in weitem Bogen umgingen. Pono wählte die linke Seite, während Rolf und ich uns nach rechts wandten. In einer halben Stunde musste die Nacht hereinbrechen und bis dahin wollten wir mit der Untersuchung fertig sein. Etwa 100 Meter von der Bucht entfernt begannen wir mit der Nachforschung. Es war keine leichte Arbeit, den Boden genau zu untersuchen, da sich die niedergetretenen Gräser und Fahne schon nach kurzer Zeit wieder aufgerichtet haben konnten. Wir mussten sie deshalb auseinander biegen und den Boden selbst betrachten. Dadurch kamen wir nur langsam vorwärts. Wir hatten erst ein Drittel des Bogens zurückgelegt, als uns Pono schon entgehen kam. Er erzählte uns sogleich, dass er eine Spur gefunden habe, die erst zwei Stunden alt sein könne, eine Spur von fünf Männern, die an dieser Bucht gewesen seien, in den Wald gingen und nach kurzer Zeit wieder um Ketten. Fünf Männer mit schweren Stiefeln? Das könne nur die Polizisten gewesen sein, die vielleicht vor zwei Stunden hier ankerten. Soweit werden sie uns sicher voraus geeilt sein. Masse recht hat Pono auch gedacht hat an Polizisten, erklärte unser treuer Begleiter. Was Polizisten aber hier gemacht haben? Ja, das wissen wir auch noch nicht, lieber Pono, hast du nichts weiter entdecken können? Nein, Pono gesehen, dass Männer in Wald gingen und dann wieder um Ketten. Männer etwas gesucht haben. Na, dann wollen wir wieder zurück kehren. Waren es die Polizisten, dann haben wir sie nur von der Wasserseite aus zu erwarten, falls sie nochmals nach hier zurück kehren sollten. Vielleicht haben sie selbst hier nach Spuren gesucht. Langsam gingen wir zur Bucht zurück und bestiegen wieder unser Ballboot. Gerade als wir uns wieder an Bord befanden, brach die Dunkelheit herein. Da wir uns in der Bucht nicht bemerkbar machen wollten, hatte Fleth angeordnet, dass kein Feuer angezündet werden sollte. Hier hatten wir ja mit keinem Zusammenstoß zu rechnen, und kam wirklich ein Fahrzeug in die Bucht, dann konnten wir es immer noch rechtzeitig anrufen. Nach dem Abendessen losten wir die Wachen aus. Ich bekam die Zeit und wurde um zehn Uhr von Fleth, der die erste übernommen hatte, geweckt. Er erklärte mir, dass bisher noch nichts vorgefallen sei und wir wahrscheinlich hier ganz sicher seien. Vergessen Sie Gaston nicht, Mr. Fleth, er ist ein Mann, der so leicht nichts aufgibt. Heute oder Morgen Nacht kann es ihm nur gelingen, uns zu beschleichen, um die halbe Skizze zu stehlen. Er wird es als aussichtslos aufgegeben haben, Mr. Warren, lachte Fleth, er hat schon längst bemerkt, dass wir scharf aufpassen. So viel ich weiß, hat Mr. Thoring die Skizze versteckt, nicht wahr? Allerdings, aber sie ist ganz leicht zu finden. Rolf ging von dem ein anderes. Die Skizze liegt eigentlich ganz offen in unserer Kabine. Doch wohl nicht etwa auf dem Tisch zum Stehlen bereit, lachte Fleth. Ja, fast ist es so, sie liegt tatsächlich auf dem Tisch, nur wird sie von der kleinen Decke verdeckt. Dort wird ein Dieb wohl nicht so schnell suchen. Da haben sie recht, ich wäre auch nicht auf den Gedanken gekommen. Doch nun gute Nacht, passen Sie gut auf und fassen Sie Gaste ab, wenn er hier erscheint. Fleth und ich hatten ganz leise gesprochen, so dass uns niemand verstehen konnte, wenigstens glaubte ich das. Ich begann nun mit meiner Wache. Ich hatte das Heck des Reisebootes zu kontrollieren, während vorn Ambuk augenblicklich Melon Dienst tat. Wir hatten ja schon gesehen, dass wir uns auf ihn verlassen konnten, er war zwei Stunden zu wachen ist keine Kleinigkeit. Ich musste die Augen überall haben und musterte immer wieder den uns umschließenden Wald und auch das Wasser der Bucht. Der Mond war schon längst aufgegangen, doch drangen seine Strahlen nur spärlich in diese Bucht hinein. Aus dem Walde hörte ich das nächtliche Leben der Nacht Vögel und einiger Raubtiere. Letztere aber waren zu weit entfernt und würden wohl kaum hierher kommen. Mechanisch wanderte ich auf und ab und lauschte gespannt zum Walde hinüber. Nur noch eine halbe Stunde brauchte ich zu wachen, dann war meine Zeit um und ich konnte Pong nur wecken. Gerade dachte ich daran, als ich plötzlich wie gebannt stehen blieb. Im Halbdunkel hatte ich einen Schatten gesehen, der blitzschnell über das Deck huschte. Er verschwand nach der Seite, wo die Kisten des Farmers Frank standen. Ich rieb mir die Augen. Hatte ich mich getäuscht oder war wirklich ein Schatten aufgetaucht? Dann musste er vom Heck Häuschen gekommen sein, von unserer Kabine, in der unter der Decke fast ganz offen die halbe Skizze lag. Ein gewaltiger Schreck durchzuckte mich. War Gast du etwa an Bord und hatte er die Skizze geraubt? Hatte er es gewagt, in den Raum einzudringen, in dem Rolf schlief? Aber es war doch ganz unmöglich gewesen, dass sich jemand unserem Reiseboot näherte, ich hatte wirklich scharf aufgepasst. Und doch war es keine Täuschung gewesen, ich hatte den Schatten wirklich gesehen. Ich hatte schon meine Pistole in der Hand und schlich vorsichtig weiter. Genau untersuchte ich Schatten des Farmers, aber dort konnte sich ja kein Mensch verbergen. Wenn es wirklich ein Schatten gewesen war, dann musste er sich noch an Bord befinden, denn auf dem Wasser hätte ich jetzt jeden schwimmenden Gegenstand bemerkt. Da fiel mir Maha ein. Er lag vorn bei Melon, er musste mir helfen, unser Boot zu durchsuchen. Ich stieß einen leisen Pfiff aus, und schon im nächsten Augenblick befand sich Maha an meiner Seite. Aber als ich ihm befahl, zu suchen, zuckte er zurück, ja, er vermied es, sich mir zu nähern, als hätte ich mich selbst mit irgendeinem Kraut eingerieben, das er nicht vertragen konnte. Sollte der nächtliche Schatten gewusst haben, dass wir unseren Maha an Bord hatten? In diesem Augenblick zuckte ich zusammen. Dicht vor mir war abermals ein Schatten aufgetaucht und schon fuhr meine Pistole hoch. Aber dann erkannte ich Pono, der durch meinen leisten Pfiff ebenfalls erwacht war. Ich berichtete ihm schnell, welche Beobachtung ich gemacht hatte und dass ich mich über das Benehmen Mahas sehr wunderte. Pono heute schon bemerkt, Mahakistan nicht kann riechen, Ware darin nicht für seine Nase ist. Pono aber Das war allerdings richtig. Wenn die Skizze noch am selben Fleck lag, dann hatte ich mich eben getäuscht. Schnell eilte ich zu unserer Kabine und öffnete sie leise, um Rolf nicht zu stören. Aber erregte sich doch, als ich leise eintrat und fragte mich verwundert, ob ich schon einmal hier gewesen sei. Nein, Rolf, aber ich sah einen Schatten über das Deck Hushen und wollte nur nachsehen, ob die Skizze noch da ist. Rolf fuhr mit einem Satz hoch. Seine Taschenlampe blitzte auf und im nächsten Augenblick beleuchtete sie die kleine Decke. Rolf hob sie hoch und stieß dann einen unterdrückten Ruf aus. Die Skizze war verschwunden, war geraubt worden und ich hatte den Täter entkommen lassen. Schnell mal herher, er muss den Dieb noch fassen können, Hans rief mir Rolf zu, nach seiner Pistole greifend. Maha ist schon an der Arbeit, ebenso Pongno. Aber Maha will keine Spur aufnehmen, er zuckt immer wieder zurück. Der Kerl hat sich vorgesehen, er hat ein Kraut benutzt, das unser Gepard nicht riechen kann. Wecke schnell fläht, wir müssen versuchen, den Dieb noch zu fassen. Pongno muss an Land gehen und mit Hilfe einer Taschenlampe das Ufer absuchen, wo der Mann an Land gestiegen ist. Wenn uns die Skizze verloren geht, dann finden wir nie die Stelle und das Vermögen Lines ist verschwunden. Während Rolf dann zu Pongno eilte und aufgeregt mit ihm sprach, weckte ich Mr. Fleth und berichtete ihm schnell, was vorgefallen war. Er zog sich Besatzung gehöre, der Diet müsse das Boot schon verlassen haben. Dann berstieg er mit Rolf das Beiboot und beide machten sich nun daran, das Ufer der Bucht genau zu untersuchen. Aber nach einer Viertelstunde kehrten sie schon zurück. Kein Mensch war in der Nacht an Land gegangen, Pongno hatte außer unseren keine weiteren Spuren finden können. Dann ist er zur Bucht hinaus geschwommen Rolf schüttelte ärgerlich den Kopf. Nochmals schaute er sich nach allen Seiten um, um ein neues Versteck des Diebes entdecken zu können, als wir plötzlich auf dem Strom laut Motorengeräusch vernahmen. Das Polizeiboot kommt, rief Fendel aus, der gleichfalls erwacht war, es wird die Bucht an laufen, da können sie den Polizisten gleich sagen, dass sie bestohlen wurden. Bitte, Mr. Fendel, gehen Sie vorläufig in Ihre Kabine zurück, ich möchte nicht, dass die Polizisten sie sofort erkennen, sagte Rolf, ich habe meine guten Gründe dafür und erkläre ihnen später alles. Fendel ahnte ihr nicht, was Rolf meinte, und zog sich deshalb zurück. Das Motorengeräusch kam schnell näher, und endlich tauchten die Lichter des Bootes in der Einfahrt der Bucht auf. Wir gaben mit unseren Taschenlampen Signale, damit wir nicht vom Boot gerammt wurden. Argerlich rief uns eine Stimme entgegen. Hallo, wir ankerten hier, was hat das zu bedeuten? Hier ist die englische Polizei. Rolf erwiderte, dass wir es seien, die heute schon einmal mit dem Polizeiboot zusammen getroffen seien. Wir hätten hier Schutz gesucht und wollten am frühen Morgen weiter fahren. So? Und warum setzen sie keine Laternen? Sie tun ja gerade so, als wenn sie sich hier versteckt halten. Ich muss sogleich zu ihnen an Bord, wahrscheinlich haben sie etwas geladen, was wir nicht sehen sollen. Langsam kam das Polizeiboot näher und lag gleich darauf neben unserem Reiseboot. Der Sergeant und zwei Polizisten kletterten zu uns herüber. Sie hielten Laternen in den Händen und forderten uns auf, ihnen das Boot zu zeigen. Darf ich suchen? fragte Rolf plötzlich mit scharfer Stimme. Ich werde ihnen sogleich einen Ausweis zeigen, mein Herr. Wenn sie mir nicht so glauben wollen, dann kommen sie einfach mit nach Erkasser, dort wird man ihnen schon sagen, ob wir berechtigt sind, ihr Boot zu durchsuchen. Ah, sehen sie, hier haben wir ja gleich zwei Kisten, sicher sind wieder Waffen darin. Machen sie die Kisten sofort auf, mein Herr. Das darf ich nicht, die Kisten gehören nicht mir, erklärte Rolf. Wir haben sie zum Transport bekommen, es sind Stoffe darin, die wir in Lagoia abgeben müssen. Aha, das kenne ich, sicher hat Mr. Frank ihnen die Kisten zum Transport übergeben. Das stimmt allerdings, die Kisten gehören Mr. Frank. Na, sehen sie, dann sind auch bestimmt Waffen darin. Ich kenne den Trick von Frank. Er sucht sich immer harmlose Schiffe aus und schickt unter einem Deckmantel Waffen ins Innere des Landes. Wir haben aber gesehen, dass sich Stoffe darin befinden, Herr Sergent, fieler Sprach Rolf. Na, das werden wir ja gleich haben. Thompson, schnell die Kiste öffnen, aber fix, wir haben in der Nacht noch viel vor. Der ihn begleitende Polizist zog sein Seitengewehr heraus und sprengte den Kistendeckel auf. Wir waren überzeugt, dass der Sergent nun enttäuscht sein werde, aber wir erschraken doch, als er plötzlich boshaft ausrief. Na, meine Herren, bitte überzeugen Sie sich selbst, was die Kiste enthält. Wir schauten uns den Inhalt an. Doch was war das? Statt der Stoffe lagen wirklich Waffen darin, Karabiner und Pistolen. Frank hatte wahrscheinlich die Kisten sofort vertauscht, bevor sie auf unser Boot geschafft wurden. Die Kisten sind beschlagnahmt, schnell hinüber damit in unser Boot, kommandierte der Sergent. Dann wandte er sich wieder uns zu und sagte in bedauerndem Ton, Ihnen will ich hier nichts weiter nachtragen, meine Herren, da ich den Trick Franks zur Genüge kenne, er wollte sie nur zu seinem Werkzeug gebrauchen. Fahren Sie ruhig weiter und wenn jemand Ihnen die Kisten abverlangt, dann sagen Sie nur ruhig, dass die Polizei sie beschlagnahmt habe. Auf Wiedersehen, meine Herren. Die Kisten waren geschickt in das Polizeiboot verladen worden und der Sergent sprang nun als letzter ebenfalls hinüber. Sofort begann der Motor wieder zu arbeiten und im nächsten Augenblick war das Boot unseren davon, wenn man jemand gefällig sein will, fluchte Fleth los, nun können wir auch allein nach dem Dieb suchen, die Skizze ist für uns verloren. Das glaube ich nun auch, Mr. Fleth. An Bord befindet sich der Dieb nicht mehr und im Wald können wir ihn jetzt nicht suchen. Wir müssten schon den Morgen abwarten und bis dahin hatte einen gewaltigen Vorsprung vor uns, Hoffnung, wieder in den Besitz des Schriftstückes zu kommen. Die einzige Möglichkeit, doch noch etwas zu retten, bestand darin, dass wir so schnell wie möglich nach Onitscha fuhren und versuchten, den Ort zu entdecken, wo Kapitän Lein sein Vermögen versteckt hatte. Ungefähr war uns ja die Skizze noch in Erinnerung. Ich schlief endlich ein. Doch als kaum die Sonne aufgegangen war, fuhr ich schon wieder hoch. Schnell und leise kleidete ich mich an, um als erster nach den Spuren des Tibes zu suchen. Ich hatte ihn ja entkommen lassen und musste versuchen, den Schaden wieder gut zu machen. Pono war auch schon munter. Er haf mir bei den Nachforschungen, doch leider konnten wir an Bord nichts weiter feststellen. Dann ruderte Pono an Land, um falls Gasto schwimmend die Bucht verlassen hatte und dort an Land gegangen war. Nach einer Stunde erschien plötzlich Rolf. Ich merkte sofort, dass er sehr erregt war und er sagte auch so gleich zu mir, als er mich erreichte. Wir sind in der Nacht schön hereingefallen, Hans, wir haben es mit äußerst listigen Gegnern zu tun. Mir gefielen die Polizisten schon vorher nicht, als ich von dem Zwischenfall Fändels hörte, jetzt weiß ich, dass es keine Polizisten, sondern die Banditen selbst waren. Aber Rolf, sie trugen doch die Uniformen. Allerdings, aber hast du nicht gesehen, wie schlecht diese sassen? Diese Leute haben die Polizisten sicher in einen Hinterhalt gelockt und sie dort überwältigt. Dann zogen sie sich die Uniformen an und wollten nun als angebliche Polizisten ihr wussten doch Bescheid, dass Frank uns hinter ging, Rolf?« »Das war ja der größte Trick von Ihnen, lieber Hans. Ich habe in der Nacht darüber nachgedacht, wo der Dieb geblieben sein könnte. Er war in der einen Kiste versteckt und flüchtete auch dorthin wieder zurück. Pono erklärte uns doch schon, dass Moher nicht in die Nähe der Kiste kommen wollte, also dessen Gehilfe Frank ist. Er steht auch mit den angeblichen Polizisten in Verbindung und hat mit ihnen verabredet, dass sie die Kisten einfach beschlagnahmen sollten, so dass er bequem unser Boot wieder verlassen konnte. Ich verstehe nur nicht, dass er die Skizze so schnell finden konnte, wir haben doch keinen Verräter an Bord. Ich glaube, ich war es selbst, der es ihm verriet, Rolf. Fleth und ich sprachen in der Nacht leise von der Skizze und standen dabei direkt neben den Kisten. Ich erzählte Fleth, wo die Skizze versteckt war. Rolf schüttelte ärgerlich den Kopf. Dann, als er mein betrübtes Gesicht sah, schlug er mir leicht aus die Schulter und sagte beruhigend, lass nur, Hans, noch ist nichts verloren, wenn die Banditen auch zu retten. Ah, du kommt auch Pongno zurück, er wird natürlich nichts gefunden haben. Pongno hatte wirklich nichts entdeckt. Als er jedoch erfuhr, wie nah wir dem Dieb waren, wurde auch er ordentlich wütend, ebenso Mr. Fleth, der soeben auch am Frühstückstisch erschien. Sofort ordnete er an, dass die Anker gelichtet und die Fahrt fortgesetzt werden sollte. Da wir günstigen Rückenwind hatten, wurde auch noch das große Segel aufgezogen, so dass unser Boot bald eine gute Fahrt machte. Vierter Kapitel Gefangen Da Fendel den Strom gut kannte, hatte Rolf beschlossen, in der kommenden Nacht durchzufahren. Fendel erbot sich dazu, das Steuer selbst zu führen. Rolf hatte aus dem Kopf eine zweite Skizze angefertigt und legte sie nun Fendel vor, der die Umgehung von Onitscher ebenfalls genau kannte. Er studierte sie aufmerksam und plötzlich rief er erfreut aus. Das soll wahrscheinlich der schwarze Berg sein, Mr. Thoring, ich werde Ihnen die Skizze vervollkommenen, ich war oft dort in der Gegend. Würden Sie uns auch als Führer begleiten, wenn wir die Berge aufsuchen, Mr. Fendel? Wir haben etwas Wichtiges zu erledigen und je eher wir dort eintreffen, desto besser ist es für In welcher Gegend wollen Sie denn? Die schwarzen Berge ziehen sich nämlich weithin. Ja, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, Mr. Fendel, Sie hörten ja, dass wir in der Nacht bestohlen wurden. Es handelt sich um eine Aufzeichnung, nach der wir eine bestimmte Stelle aufsuchen sollen. Gibt es dort ein Tal oder einen Talkessel, der geeignet wäre, irgendetwas zu verstecken? Fendel horchte auf. Suchen Sie etwa dort einen Schatz, Mr. Thoring? fragte er lächelnd. Einen Schatz nun gerade nicht, wir wollen nur etwas abholen und der Tochter eines Verstorbenen übergeben. Leider wissen wir nur nicht, wo wir suchen sollen. Es gibt dort einen Tal Kessel, der gute Verstecke bietet. Es liegen viele Höhlen dort. Es ist der Bärengrund und ich bin Na, dann haben wir ja Aussicht, doch nicht zu spät zu kommen. Im Testament ist die Stelle vermerkt, die der Dieb der Skizze zum Glück nicht kennt. Er wird also lange suchen müssen, bis er im Bärengrund die bewusste Höhle findet. Auch wir müssen dies erraten, was wir aber erst an Ort und Stelle tun können. Ich wusste, welche Stelle Rolf meinte. Der alte Lein war in seinem Testament sehr vorsichtig gewesen und hatte Rolf extra noch ein Rätsel aufgegeben, auch wenn wir nach der Skizze das Tal erreichten. Nun sahen wir wieder hoffnungsfroh den weiteren Ereignissen entgegen und hofften doch noch, den Auftrag des Verstorbenen zum guten Abschluss zu bringen. Fleißig schauten wir nach dem Polizeiboot aus, aber wir konnten es nirgends mehr entdecken. Wir waren überzeugt, dass sich die Banditen in Onitscha nicht sehen lassen durften, da sie dort bald als falsche Polizisten erkannt worden wären. Sie mussten also schon vor diesem Ort an Land gehen, wenn sie mit Gasto zusammen das Versteck Lions berauben wollten. Deshalb suchten wir mit unseren Ferngläsern dauernd das linke Ufer ab, denn nur dort konnten sie landen. Aber sie würden sicher erst kurz vor Onitscha an Land gehen, um möglichst schnell die schwarzen Berge zu erreichen. Flott schoß unser Reiseboot durch das Wasser. Gegen Mittag hatten wir schon eine weiter Strecke zurückgelegt, doch nun flaute der Wind plötzlich ab. Wir waren gezwungen, das Segel einzuziehen und nur noch mit den beiden Außenbord Motoren weiterzufahren. Aber auch sie zogen gut durch, obwohl es gegen die Strömung ging. Wenn wir diese Geschwindigkeit auch in der Nacht bei Beirten konnten wir noch vor Anbruch des Tages Onitscher erreichen. So sehr wir nun auch aufpassten konnten wir vom Polizeiboot doch nichts mehr entdecken. Der Nachmittag verging und endlich brach die Nacht herein. Auf Fleets Anordnung steuerte Masuf jetzt das Boot an das linke Ufer, um uns die Möglichkeit zu geben, weiter nach dem Polizeifahrzeug Ausschau zu halten. Ab und zu wurde der große Scheinwerfer am Bug eingeschaltet und das Ufer abgeleuchtet. Wir hatten ja jetzt nichts mehr zu befürchten, wir selbst befanden uns ja auf der Verfolgung. Mitternacht nahte heran, doch keiner von uns dachte an Schlaf. Immer wieder kontrollierten wir das Ufer, aber immer wieder vergeblich. In zwei Stunden konnten wir Onitscher erreichen, und wenn wir bis dahin keine Spur des Bootes fanden, war unsere Verfolgung viel schwieriger. Es war genau ein Uhr nachts, als Masuf plötzlich die Motoren abstellen ließ. Wir eilten natürlich sogleich nach vorn, um nach dem Grund zu forschen. Melon stand am Scheinwerfer, der so eben mit seinem starken Strahlenbüschel das Polizeiboot erfasst hatte. Es lag zwischen Schilf am Ufer und war natürlich verlassen. Sie wollten es hier verstecken, aber es ist ihnen nicht gelungen, triumphierte Fleth. Wollen wir nun gleichfalls an Land gehen und die Verfolgung aufnehmen, Mr. Thoring? Wie weit ist es von hier nach den Schwarzen Bergen, Mr. Fendl? Erkundigte sich Rolf bei diesem kommen wir von hier aus schneller hin oder von Onitscha? Wenn wir hier an Land gehen, schneiden wir aber die Richtung ist mir bekannt. Wir werden ja die Spuren der Banditen finden, ihr Pono wird sie nicht verlieren, Mr. Thoring, erklärte Fleth. Zugleich gab er Masuf einen Wink, an Land zu gehen, damit wir sofort das Reiseboot verlassen konnten. Schnell holten wir unsere Gewehre aus den Kabinen und machten uns marschfertig. Auch Fendl bekam zwei unserer Reservepistolen und eine Büchse, denn wir mussten auch mit ihm rechnen. Am liebsten hätte Fleth die ganze Besatzung mitgenommen, um möglichst schnell mit den Banditen abzurechnen. Aber Rolf setzte es durch, da es auch Mr. Burt an Bord zurück blieb. Jemand musste in unserer Abwesenheit das Kommando übernehmen und das Boot vor unverhofften Angriffen schützen. Wir konnten uns auf Burt verlassen und er willigte auch sogleich ein, diesen Posten zu übernehmen. Rolf, Pono, Fleth, Fendel und ich machten uns dann auf den Weg. Pono hatte schon entdeckt, welche Richtung die Banditen einschlugen und folgte ihnen nun wie ein guter Spürhund. Er hielt Maha an der Leine, der zwar ebenfalls der Spur folgte, aber manchmal schnaubend zurückzuckte. Pono erklärte uns dies damit, dass sich bei den angeblichen Polizisten auch Klastow befand, der sich ja mit irgendeinem Kraut, das Maha nicht vertragen konnte, eingerieben hatte. Ziemlich schnell ging es durch den nächtlichen Mangrovenwald. Pono ließ nur ab und zu eine Taschenlampe aufflammen, um die Spur nicht zu verlieren. Er tat dies nur, um sich zu überzeugen, ob sich die Banditen nicht getrennt hatten. Fast drei Stunden ging es weiter. Wir kamen über kleine Lichtungen, die hell vom Mondlicht beschienen wurden. Nirgends aber erblickten wir ein wild oder ein größeres Raubtier, es schien fast, als ob alles Getier diese Gegend verlassen hätte. In zwei Stunden musste es wieder hell werden. Mr. Fendel hatte zwar behauptet, dass wir die schwarzen Berge noch vor Tagesanbruch erreichen würden, Stein gestoßen. Wieder wanderten wir eine halbe Stunde, dann stießen wir plötzlich auf die ersten Ausläufer der Berge. Eine etwa zehn Meter hohe Felswand erhob sich auf einer Lichtung vor uns und am Fuße dieser Wand stand ein festes Blockhaus, das aus starken Baumstämmen errichtet war. Aus dem Fenster aber schimmerte Licht. Wir waren am Rande der Lichtung stehen geblieben und musterten Frau. Fast schien es mir, als wenn sie sich gegen etwas verteidigte, denn mehrmals hob sie den Arm, der mit einem Stock bewaffnet war, und schlug damit zu. Wir wussten im Augenblick nicht, was wir davon halten sollten, und besprachen uns leise, was wir unternehmen konnten. Rolf war dafür, durch einen Spalt des Vorhanges ins Innere der Blockhütte zu schauen, und wir wollten gerade Pono den Auftrag gehen, dies zu tun, als plötzlich ein furchtbarer Schrei im Hause erklang. Wir sahen, wie der Schatten stürzte und vom Fenster verschwand. Ohne Überlegung rannten wir vor. Pono erreichte als erster das Blockhaus und rieß die Tür auf. Ein entsetzliches Bild zeigte sich unseren Blicken. Am Boden des einzigen Raumes wälzte sich eine weiße Frau, die von einer wohl drei packt und hielt diesen weit von sich ab. Dabei stieß sie verzweifelte Schreie aus. Pono und Rolf sprangen vor. Pono Messer blitzte durch die Luft und trennte den Kopf der Schlange vom Rumpf. Dann machte er sich mit Rolfs Hilfe daran, die Frau zu befreien. Fleth, Fendel und ich standen dabei und starrten auf dieses Bild. Wir hatten vollständig unsere Umgehung vergessen und fuhren nun erschreckt herum, als wir hinter uns leise Geräusche vernahmen. Meine Hand zuckte zur Pistole, aber ich kam nicht mehr dazu, sie zu ziehen. Kolbenschläge sausten auf uns nieder. Kolbenschläge, die so genau berechnet waren, dass Fleth, Fendel und ich sogleich zu Boden sanken. Ich bemerkte nur noch, dass Macher einen der auf uns eindringenden angeblichen Polizisten angesprungen hatte und ihn unter sich begrub, während zwei andere auf das treue Tier einschlugen. Dann verlor ich das Bewusstsein. Als ich wieder erwachte, schien draußen die Sonne. Ich lag mit meinen Gefährten gebunden in der Blockhülte. Keiner von uns war entkommen. Selbst unser Pongo hatte sich ergeben müssen, als auf ihn und Rolf sich drei Gewehrläufe richteten. Eine Bewegung hätte meinen Freunden nur den sofortigen Tod gebracht. Im Raum befand sich nur ein Bandit in der Uniform eines der Ganten. Er sprach gerade mit Rolf, der nicht niedergeschlagen wurde. Wir hatten euch natürlich erwartet und die ganze Komödie mit der Zahmen Schlange war von uns vorbereitet. Jetzt werden wir euch in den Keller schaffen und dann fortgehen, um den Goldbeutel zu holen. Finden wir ihn nicht, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was wir mit euch tun werden. Die Zeichnung haben wir, aber wir vermissen noch das Testament. Finden wir den Beutel nicht, dann müsst ihr das Testament auch noch abliefern. Rolf erwiderte nichts. Der Bandit erhob sich langsam und schritt zur Tür, die er etwas öffnete. Dann rief er nach seinen Leuten, die Wenn wir zurückkehren, werden wir überlegen, was mit ihnen geschieht, das hängt nämlich davon ab, was der Beutel enthält. Ist es genug für uns, dann werden wir ihnen Gelegenheit geben, sich nach längerer Zeit selbst zu befreien, reicht der Inhalt aber nicht aus, dann, na, darüber sprechen wir dann noch weiter. Einer der Banditen hatte in der Ecke eine Fallklappe aufgehoben und zündete Der Reihe nach wurden wir nun hinunter getragen. Im schwachen Schein der Laterne sah nicht in dem ziemlich großen Keller sechs uns unbekannte Leute liegen. Sie waren gleichfalls schwer gefesselt und starrten uns an. Aber keiner von ihnen sprach ein Wort. Erst als die Banditen sich wieder zurückgezogen und die Fallklappe über uns geschlossen hatten, fragte Rolf plötzlich leise. Sind sie die Polizisten, die spurlos verschwanden? Befindet sich auch Mr. Flock hier? Ja, mein Herr, hier bin ich, auch meine Leute liegen hier. Was ist vorgefallen, hat man sie auch gefangen genommen? Wie sie sehen, wurden wir überlistet. Wahrscheinlich gerieten sie in dieselbe Falle, nicht wahr? Meinen sie die Komödie mit der weißen Frau und der Schlange? Allerdings, auf diesen Trick fielen auch wir herein. Haben sie noch nicht versucht, sich selbst zu befreien, Mr. Flock? Nicht so laut, wir wollen erst abwarten, bis es oben still geworden ist. Ich habe meine Hände schon bald frei, es war eine mühsame Arbeit. Wenn ich mich auch jetzt befreien kann, so wird es doch ziemlich lange dauern, bis ich auch meine Gefährten erlöst habe, denn meine Finger sind wie abgestorben. Massas ganz ruhig sein, Pongo hören will, was Banditen tun, bat uns unser treuer Freund. Wir schwiegen natürlich sofort und lauschten ebenfalls. Wir hörten, wie die Banditen das Haus verließen und die Tür festschlossen. Dann entfernten sie sich immer weiter. Endlich erklärte Pongo ganz ruhig. Massas Banditen fort sind, Pongo jetzt versuchen will, Fesseln von Massas zu lösen. Pongo diese Namen habe ich doch schon oft gehört, meinte der Sergent Flog erstaunt. Sind sie etwa die Herren Thoring und Warren, die überall Abenteuer erleben? Allerdings die sind wir, Mr. Flog, erwiderte Rolf, bemühen sie sich nicht mehr mit ihren Fesseln, unser Pongo hat darin schon große Erhebung, uns selbst zu befreien. Hoffentlich haben die Banditen keine Wache zurückgelassen, meinte Fleth besorgt, wir wollen möglichst leise sein und nicht sofort die Fallklappe zu öffnen versuchen, wenn es uns gelingt, uns von den Fesseln zu befreien. Diese Kerle sind mit allen Hunden gehetzt und werden uns wohl hier oben, wenn es uns wirklich gelingen sollte, uns zu befreien, eine neue Falle gestellt haben. Massa Fleth recht hat, oben Wache sitzt, Pono es schon bemerkt hat, warf diese ein. Schweigend arbeitete er dann an Rolfs Fesseln weiter und wirklich konnte mein Freund uns nach etwa zehn Minuten melden, dass er die Hände frei hatte. Nun war es für ihn eine Kleinigkeit, uns alle zu befreien. Er tat dies natürlich erst bei Pono, der dann die Hauptarbeit übernahm. Da die Mitglieder der Polizisten fast steif waren, mussten wir sie ordentlich massieren, denn wir wollten mit Hilfe dieser Leute den Banditen nach den Schwarzen Bergen folgen. Aber wir haben ja keine Waffen, Mr. Thoring, klagte der Sergeant Flork, wir sind den Kerlen nicht gewachsen, die mit guten Büchsen ausgerüstet sind. Wir müssen uns eben Waffen verschaffen, auch vermute ich, dass unsere ganz in der Nähe sein werden. Die Leute können sie nichts mitschleppen, da sie selbst gut damit versehen sind. Ab und zu vernahmen wir jetzt über uns den leisen Tritt des zurückgelassenen Wächters, der aus Langeweile wahrscheinlich wütend auf- und abging. Plötzlich bemerkten wir, wie er sich an der Fallklappe zu schaffen machte. Wollte er zu uns herunter kommen? Sofort lagen wir wieder reglos am Boden und taten so, als wären wir noch gefesselt. Lose schlangen wir die Riemen um unsere Füße, um diese und dann tauchte die Gestalt seines Banditen auf, der nun langsam mit einer brennenden Laterne zu uns herunter stieg. Er stellte die Laterne am Boden nieder und betrachtete uns. Erst nach einer Weile sagte er Ich möchte mit Ihnen sprechen, meine Herren, ich will Sie freilassen, wenn Nun, was verlangen Sie denn dafür, dass Sie uns befreien, Mann? fragte Rolf, als der Bandit schwieg. Reden Sie nur ganz offen mit uns. Ich habe das Leben satt, ich möchte fort von hier. Wenn Sie mir jede 100 Pfund geben, befreie ich Sie sofort. 100 Pfund? Mehr sind wir nicht wert, lachte Rolf. Nein, mein Lieber, das ist uns viel zu billig, ich glaubte immer, dass man mich viel höher einschätzen würde. Doch wir lassen mit uns reden, erst sagen Sie mir aber, wo unser Gepard ist. Die Raubkatze hat einen von uns getötet und ist dann plötzlich verschwunden. Wir haben sie gesucht, aber nicht gefunden. So habt ihr sie nicht niederschlagen und getötet? Nein, Dreck wollte dies zwar, er wollte sie abschießen, aber er fand das Tier nicht mehr. Na, dann ist es ja gut, wir werden sie selbst schnell so wollen sie mir das Geld zahlen? Ja, sie sollen ihre Belohnung bekommen, mein Lieber. Pono, greift zu. Mit einem Satz schnellte Pono hoch. Ehe der Mann noch wusste, wie ihm geschah, war er von unserem schwarzen Begleiter niedergerissen worden. Wir halfen ihm, den Banditen zu fesseln, der sich aus Furcht vor uns nicht einmal wehrte. Er wurde so gebunden, dass er sich keinesfalls selbst befreien konnte. Pono schlich dann nach oben und meldete uns gleich darauf, dass dort alles in Ordnung sei. Als auch wir dann nach oben stiegen, sprang uns unser treuer Macher freudig entgegen. Pono erklärte uns, dass er auf dem Dach der Blockhütte gelegen habe, um wahrscheinlich im rechten Augenblick eingreifen zu können. Wir freuten uns, dass er nicht verwundet war und wussten sofort, dass er die Spur der Banditen ohne weiteres aufnehmen würde. Dann untersuchten wir den oberen Raum. In einem alten, verschlossenen Kasten, den wir erst aufsprengen mussten, fanden wir unser uns abgenommenes Eigentum wieder. Auch unsere Waffen waren dabei. In einem Wandschrank entdeckten wir auch die der Polizisten, die sich über diesen Fund wie Kinder freuten. Wir sehen zwar nun selbst wie die Banditen aus, Mr. Thoring, erklärte uns der Sergeant Flork, aber bald werden wir unsere Uniformen wieder tragen. Die kleinen Löcher, die unsere Kugeln reißen können, haben wir bald wieder zugestopft. Wollen Sie die Leute denn einfach abschießen, Mr. Flork? fragte Rolf ernstwerdend. Ich würde Ihnen raten, erst den Versuch zu machen, sie zu fangen. Sie kennen eben Sie wissen genau, dass sie gehängt werden, wenn wir sie abfangen und verteidigen sich deshalb bis zum letzten Atemzuge. Warum soll mich also meine Leute erst in Gefahr bringen? Ich musste dem mein innerlich Recht geben, aber trotzdem versuchte auch ich ihn zu veranlassen, nicht so rücksichtslos gegen die Leute vorzugehen. Schließlich nickte er still vor sich hin und brummte noch ein, na, wir wollen als wir die Blockhütte genau untersucht hatten, sofort auf. Bald mussten wir hier nun die Stelle erreichen, die Lion in seinem Testament angab. Vielleicht waren jetzt schon die Banditen dabei, sie zu untersuchen. Eiligst ging es durch den Wald. Nach einer halben Stunde begannen die Ausläufer der Berge steil empor zu steigen und wenige Minuten später befanden wir uns in einer tiefen Schlucht. Mr. Fendel erklärte uns, dass wir nun nach oben ansteigen müßten, da der Bärengrund höher lag. Wir fanden auch hier wieder die Spuren der Banditen und folgten ihnen. Mama nahm die Fährte gut auf und führte uns einen schmalen Pfad hinauf, der nach Ansicht Fendels zu dem bewussten Talkessel führen musste. Jetzt hieß es für uns, äußerst vorsichtig zu sein, da wir die Banditen überrumpeln wollten. Der Sergean Flok brannte förmlich darauf, mit den Leuten zusammen zu treffen und spornte zu immer größerer Eile an. Aber Rolf ließ sich die Führung nicht nehmen. Plötzlich hörten wir aus der Ferne einige Schüsse fallen. Sofort begannen wir zu rennen, denn nun war es klar, dass die Banditen aneinander geraten waren. Hatten sie etwa den Goldbeutel gefunden nach Aussage Fändels vom Bärengrund, als wieder kurz hintereinander drei Schüsse fielen. Ich erkannte sofort, dass sie aus nur einer Büchse gekommen waren, aus einer modernen Repetierbüchse. Da aber die Banditen keine solchen trugen, konnte nur Gastro geschossen haben. In weiten Sprüngen rannten wir weiter. Flok wollte sich immer wieder vordrängen, aber Rolf wurde schließlich ärgerlich und hielt ihn zurück. Unwillig befolgte Rolfs Anweisung, blieb aber hart hinter ihm, um möglichst als erster die Banditen zu Gesicht zu bekommen. Fünfte Kapitel Gastro der Mörder Fendel der neben Rolf rannte, hob plötzlich den Arm und gab uns ein Zeichen, stehen zu bleiben. Dort vor uns liegt der Bärengrund, Mr. Thoring, erklärte er, wir müssen uns leise vorschleichen, sonst können wir die Leute Gebück drangen wir weiter vor und erreichten wenige Minuten später den Talkessel. Erschreckt blieben wir jedoch stehen, denn das Bild, das sich uns bot, sportete jeder Beschreibung. Die Banditen in ihren gestohlenen Uniformen lagen tot im Talkessel, von Gastro aber war nichts zu sehen. Serjean Flok traute seinen Augen kaum, als er das Bild erblickte. Er schob seine Pistole in den Gurt zurück und meinte unzufrieden, wir sind doch zu spät gekommen, nun brauchen wir uns nur unsere Uniformen wieder zu nehmen. Wer hat nun die Leute erschossen? Ein gewisser Gastro, den auch wir suchen, Mr. Flok. Er scheint aber schon geflüchtet zu sein. Nein, dort ist er, rief Fleth in diesem Augenblick erregt aus. Seitwärts war aus einer Höhle ein Mann getreten, der Fleths Ausruf ebenfalls vernommen haben musste. Er starrtete zu uns herüber, dann flog seine Büchse hoch und zwei Schüsse krachten. Hinter uns stieß einer der Polizisten einen Schrei aus und griff nach seinem Oberarm. Wir zuckten schnell zurück und verschwanden hinter dem Felsen, der den Eingang der Schlucht fast verdeckte. Hätte er einen Augenblick länger Zeit zum Zielen gehabt, dann wären zwei von uns jetzt erledigt gewesen, Halbschuss er sie aus dem Hinterhalt nieder. Wir wollen versuchen, ihn abzufangen, ohne uns dabei zu viel Blößen zu geben. Wie sie das anfangen wollen, ist mir ein Rätsel, Mr. Thoring, sagte Fleth. Sie sehen ja, der Mann steht immer noch mit erhobener Büchse da und erwartet uns. Hier dürfen wir uns natürlich nicht sehen lassen, wir müssen versuchen, noch höher zu steigen und ihn von dort oben uns schädlich zu machen. Sie, Sergeant, können hier bleiben und den Mann beschäftigen. Zeigen sie sich ihm aber nicht, denn der Mann scheint ein Kunstschütze zu sein, wenn er uns auch bei den ersten Schüssen fehlte, daran war aber jedenfalls nur die Aufregung und der Schreck schuld. Gut, ich bleibe hier und werde so tun, als wenn wir von hier weiß doch genau, dass auch wir schießen können. Das können sie eben nicht, lieber Flork, dabei müssten sie sich ihm zeigen und darauf wartet der Mann nur. Wenn wir natürlich alle vorstürmen würden, könnten wir ihn abschießen, aber ohne Verluste für uns ginge das auch nicht. Bleiben sie also hier und tun sie so, als bereiteten sie etwas vor. Es schadet auch nichts, wenn sie ab und zu mal ihren Hut zeigen, damit der Mann ein Ziel hat. Der Sergent versprach recht vorsichtig zu handeln. Wir verließen ihn und seine Leute und eilten auf dem Pfad zurück. Pongo hatte unterwegs nachher einen anderen Pfad entdeckt, der weiter nach oben anstieg. Wenn wir von dort den Talkessel überblicken konnten, war es für uns ein leichtes, dem Mann eine Kugel zu geben, sollte ihn nach Erkassa bringen und ihn dort aburteilen lassen. Wir hatten Glück. Immer höher stiegen wir und endlich erreichten wir eine Stelle, von der aus wir das Tal überblicken konnten. Gasto stand immer noch bewegungslos auf dem selben Fleck und starrte nach dem Taleingang. Wir machten unsere Büchsen zurecht und hoben sie langsam. Wir wollten Gasto einen Schuss ins Bein geben, der ihn niederwarf. Dadurch würde er behindert werden, weiter auf uns zu schießen. Doch gerade als ich mein Gewehr hob, hatte er uns ersperrt. Blitzschnell flog seine Büchse hoch und dann krachte sie dreimal. Rechts und links, fast direkt neben uns, splitterten Felsstücke ab, ein Beweis, wie gut Gasto in der Eile gezielt hatte. Natürlich waren wir auch hier wieder zurückgezuckt und hinter der Felsbrüstung verschwunden. Es ist wirklich fast unmöglich, an ihn heranzukommen, rief Rolf ärgerlich aus. Der Mann passt zu genau auf und verlässt sich ganz auf seine Büchse. Wir wollen nochmals unseren Standort ändern und dann vorsichtiger sein. Massas Pongu man unten unschädlich machen wird, Pongu hier oben tal umgeht und drüben hin unter steigt. Pongu dann man leise beschleicht und überwältigt. Und wenn er dich sieht oder hört bist du verloren Pongu man Pongu nicht sehen und hören wird Pongu schon machen wird. Wenn Pongu sein Pongu schon machen wird sagte dann wussten wir auch dass ihm sein Vorhaben glücken würde. Aber hier war es doch etwas zu gefährlich der Mann unten passte zu scharf auf. Pongu schlich davon. Er umkletterte in unserer Höhe die Berge und befand sich bald im Rücken Gastons. Wenn dieser wirklich nichts merkte dann musste Pongu sein Vorhaben gelingen. Plötzlich fragte Rolf ganz erstaunt Hast du mal nicht gesehen Hans? Er ging doch unten in der Schlucht noch neben Pongu seitdem habe ich ihn aber nicht mehr bemerkt. Ich auch nicht Rolf aber wo soll er sein? Die Banditen können ihm nichts mehr Vielleicht befindet sich Maha beim Sergenten? Das glaube ich kaum er wäre uns gefolgt ohne dass wir ihn dazu aufforderten. Ah jetzt hat Gasto etwas bemerkt er schaut sich immer zu um und mustert die Höhe jenseits des Tales wo Pongu bald erscheinen wird. Dann müssen wir Pongu Zeichen geben dass er zurückkehren soll sonst lässt er sich doch verleiten in die Tiefe zu klettern da Gasto verschwindet in der Höhle ihm ist es doch zu unheimlich geworden wenn nur der Sergent jetzt keinen Fehler macht und ruhig in seinem Versteck bleibt er wäre verloren wenn er jetzt das Tal betrete aber er kann doch schneller schießen als Gasto Rolf ich selbst halte meine Büchse schussbereit und kann wenn er aus der Höhle tritt ihm sofort eine Kugel geben jetzt sind wir es die ihn in Schach halten und Pono konnte nun ganz gut hinab steigen Rolf erwiderte nichts mit seinem Ferngas suchte er den Tal Kessel ab ich sah jetzt Pono drüber naftauchen und als er Gasto unten nicht mehr erblickte gab er uns ein Zeichen herüber dass wir aufpassen sollten ich winkte zurück und Pono begann nun mit dem Abstieg er Er war zwar ein geübter Kletterer aber wenn jetzt Gasto auftauchte und ich ihn nicht so gleich anschießen konnte dann war Pono doch verloren Rolf schien denselben Gedanken zu haben denn auch errichtete sein Gewehr jetzt auf die Höhle in der Gasto verschwunden war Langsam stieg Pono total Fast nur noch 6 Meter trennten ihn vom Boden als plötzlich aus einer ganz anderen Höhle Gasto wieder in der nächsten Sekunde ehe ich mein Gewehr auf ihn hatte richten können war er wieder verschwunden Pono hatte seinen Halt losgelassen und war in die Tiefe gestürzt schon glaubte ich dass er verletzt sei aber dann sah ich wie er wieder aufsprang und sofort Deckung suchte er fand sie auch hinter einem großen Felsblock hinter dem er vorsichtig hervor lugte aber sein Gegner war verschwunden da schnellte er der soeben Gastow getreten war wir glaubten dass es nun zu einem heftigen kampf kommen werde doch vergeblich warteten wir auf einen schuss ober einen schrei alles im tal blieb ruhig als wäre dort unten gar nichts geschehen kommen sie wir wollen hinunter sagte flet erregt wir können ihren Pono nicht im stich lassen in wenigen minuten haben wir den eingang zum tal wieder erreicht der ser angst dass gastow an einer anderen stelle wieder auftauchen wird ja wir mussten jetzt hinunter denn hier oben konnten wir doch nichts mehr unternehmen schnell erhoben wir uns und sprangen den schmalen Pfad hinab in wenigen minuten hatten wir die polizisten erreicht die sich vergeblich bemühten einen blick ins tal zu werfen der erste schuss den gastow auf uns feuerte hatte doch eine gute wirkung gehabt er hatte die leute erschreckt so dass sie sich nicht einmal getrauten um den felsen zu schauen wir taten es nun und rangen in das tal ein erst jetzt folgten uns die polizisten und taten ganz verwundert als sie gastow nicht mehr erblickten sie wusste nicht einmal wo er geblieben war und auch von porno fand sich keine Spur vorsichtig näherten wir uns den beiden höhlen sie mussten im innern des felsens durch einen gang verbunden sein und es schien mir deshalb das beste in die erste höhle einzudringen um in den rücken des mannes zu kommen aber wir wurden leider enttäuscht wir stießen plötzlich auf porno der schon zweimal beide höhlen untersucht hatte gastow war verschwunden wir hatten genau gesehen dass er die zweite höhle wieder betrat und da es keinen weiteren ausgang aus dieser gab musste er sich noch in einer der beiden höhlen befinden aber er blieb trotzdem verschwunden wir standen direkt vor einem rätsel zuerst glaubte ich dass gastow in eine dritte höhle die gleichfalls durch einen gang mit den beiden ersten verbunden sei geflüchtet sein könne aber meine nachforschungen ergaben dass es keinen zweiten gang gab auch keinen verkleideten der nur schwer zu entdecken war inzwischen hatte der sergeant das tal abgesucht gastow war und blieb verschwunden schließlich fiel mir ein dass er die höhlen verlassen haben konnte während wir wieder ins tal hinab stiegen die polizisten hatten ihr nicht aufgepasst und Pono konnte ihn nicht sehen weil er sich in der höhle befand eine andere Möglichkeit gab es eben nicht aber wohin konnte er sich geflüchtet haben konnte er nicht in irgendeinem versteck lauern und auf die günstigste gelegenheit warten uns abzuschießen wir verließen die höhlen wieder und traten hinaus ins tal prüfend überblickten wir es viele höhlen befanden sich hier und wir waren schließlich überzeugt dass gastow in einer von diesen sich versteckt hatte wir waren also gezwungen sämtliche zu untersuchen wobei wir natürlich sehr vorsichtig sein mussten der sergeant beorderte jetzt zwei polizisten zum ausgang des tal kessels wodurch er dem mörder eine flucht unmöglich machen wollte einen zweiten ausgang von hier schien es ja nicht zu geben jetzt fiel mir wieder ein ich fragte Pono doch auch er hatte ihn nicht mehr gesehen sollte ihm irgendetwas zugestoßen sein sollte ihn eine Kugel Gasto uns erreicht haben leider konnten wir jetzt nicht nach ihm suchen denn jeden augenblick waren wir darauf gefasst von Gasto abermals mit Kugeln empfangen zu werden doch wenn wir nur gewusst hätten wo er steckte eifrig begannen wir endlich mit den Nachforschungen eine Höhle nach der anderen wurde durchsucht während der sergeant mit einem polizisten in der Mitte des tales stehen blieb und die Angebung mit seinen Augen absuchte Pono beteiligte sich nicht an unseren Nachforschungen er streifte im Tal umher und schien seinen eigenen Gedanken nach zu gehen plötzlich ertönten am Taleingang laute Rufe dort war Maha wieder aufgetaucht vor dem sich die Polizisten fürchteten Pono eilte sofort zu ihm aber das treue Tier war kaum zu bewegen das Tal zu betreten jetzt war es mir plötzlich klar weshalb er verschwand er hatte wieder das Kraut gerochen womit sich Gastel einrieb um ihn zu verscheuchen fast mit Gewalt zerrte ihn Pono ins Tal und begann mit ihm die Nachforschungen vor einer kleinen Höhle die weit hinten im Tal lag sträubte sich Maha am meisten und Pono winkte uns nun eifrig zu hinüber zu kommen als wir ihn erreichten sagte er meisten Kraut riecht ah nun wusste ich weshalb Pono trotz seines Sträubens Maha mitgenommen hatte er hatte auch so die Spur gefunden als wir uns nun dem Höhleneingang näherten und mit unteren Taschenlampen hinein leuchten wollten krachte es plötzlich darin und eine Kugel flog haarscharf an meinem Kopf vorüber Pono hatte Maha wieder losgelassen und das Tier zog sich nun herausholen sollten und wieder war es Pono der einen Rat wusste Massas Pono bald zurückkommt Pono reißig und Holz sammeln wird dann Massas Mann ausräuchern können dieser Gedanke war gut Rolf schickte auch noch zwei Polizisten zum Holz sammeln mit und nach einer halben Stunde lag ein großer Berg vor der Höhle vorsichtig schoben wir schließlich an dann traten wir mit schußbereiten Gewehren zurück eine Weile blieb es in der Höhle ruhig dann hörten wir Gasto husten und schließlich rief er mit heiserer rauer Stimme zu uns heraus nehmt das Feuer fort ich ergebe mich erst die Waffen herauswerfen kommandierte Rolf wieder vergingen einige Minuten dann flog zuerst die gute Repetierbüchse und gleich darauf zwei Revolver durch das Feuer ins Freie nun gab Rolf Pono und den Polizisten einen Wink das Feuer zu entfernen sie taten es wir waren nun überzeugt dass wir Gasto fest hatten da er völlig waffenlos war aber wir sollten uns in ihm getäuscht haben achtlos hatten wir auch unsere Waffen sinken lassen und warteten ab bis der große Brand völlig entfernt war aber bevor dies geschehen war wildes Tierschoß Gasto plötzlich aus der Höhle erhielt in der Hand ein langes Messer und da ihm Pono im Wege stand stürzte er sich auf ihn und riss unseren starken Kameraden durch den Anprall zu Borden Gastons Arm fuhr blitzschnell in die Höhe und sein Messer wäre Pono in die Kehle gefahren wenn nicht ganz unverhofft Maha wieder aufgetaucht wäre sein Schreckensruf aus und ließ das Messer fallen in diesem Augenblick packte Pono zu Maha sah dies und ließ von selbst von Gasto ab eiligst trottete er wieder von Danen er hatte Pono in Gefahr gesehen und war trotz des ihm unangenehmen Geruches auf Gasto zugesprungen im Nu war dieser gefesselt und lag nun zähneknirschend am Boden der Sergent nahm ihn in Empfang und versprach ihm einen besonders schönen Galgen jetzt erst konnten wir uns im Tal weiter umsehen in der Tasche Gastons fanden wir die beiden Hälften der Zeichnung und Rolf musterte nun das Tal genau aber noch konnten wir die Höhle nicht entdecken in der sich der Goldbeutel befinden sollte Rolf sagte den Satz auf den Laien in seinem Testament niederschrieb um die Mittagszeit erhebt der Riese seinen Finger und weist auf den Eingang der Höhle dort Suche nach welcher Riese war hier gemeint ich schüttelte immer wieder ärgerlich und verwundert den Kopf wir befanden uns im richtigen Tal Kessel aber mehr als 20 größere und kleinere Höhlen lagen hier sollten wir sie alle durchsuchen und in jeder nach graben plötzlich lachte Rolf hell auf dort steht der Riese und erhebt seinen Finger Hans rief er mir zu auf die spitze Kuppe eines großen Berges zeigend wie ein Finger sieht seine Spitze aus aber er zeigt doch in die Luft und nicht auf den Eingang einer Höhle Rolf erwiderte ich ganz recht lieber Hans aber um die Mittagszeit erhebt der Riese seinen Finger steht im Testament und jetzt ist es gerade um die Mittagszeit Schau dir die Höhlen an dann wirst du sofort wissen welche gemeint ist Der Schatten der Schatten des Berges Rolf rief ich nun erfreut aus und deutete auf eine ganz kleine Höhle die weit hinten im Tal lag dort liegt die Höhle wir haben sie gefunden die Sonne warf einen klaren Schatten des Spitzen Berges ins Tal und die Schattenspitze wies jetzt genau auf den Eingang einer kleinen Höhle wir rannten sofort dorthin schalteten unsere Taschenlampen ein und betraten sie nichts deutete jedoch im Innern darauf hin dass hier etwas wertvolles versteckt lag nur in einer Ecke lag ein wie zufällig dorthin gefallenes Felsstück das Rolf nun aufhob lose Felsstückchen wurden darunter sichtbar und als er auch diese entfernte entstand ein tiefes Loch in das er nun hineingriff im nächsten Augenblick zog er einen kleinen Sack hervor der äußerst schwer war er war nur lose zugbunden und als wir ihn nun öffneten sahen wir grobe Gold Körner darin Lein musste sich also auch einstmals als Gold Gräber betätigt haben oben auf dem Gold aber lag ein kleines Lederstück das mit Zeichen und Linien versehen war wir konnten es jetzt nicht weiter untersuchen und Rolf steckte es deshalb in die Tasche Pono übernahm den Goldbeutel er wollte ihn sicher zum Boot bringen unser Vorhaben war uns also doch noch geglückt die Polizisten hatten inzwischen den erschossenen Banditen die Uniformen wieder ausgezogen die durch die Schüsse Gastons gar nicht gelitten hatten alle Banditen hatten Kopfschüsse erhalten und bei allen war die Kugel genau auf derselben Stelle eingedrungen ein Beweis von der Geschicklichkeit Gastons wir begruben die Banditen und machten uns dann auf den Rückweg gegen Abend erreichten wir den Jäger wieder und Gaston wurde sogleich mit dem Banditen den die Polizisten aus dem Blockhaus mit Namen auf das Polizeiboot gebracht Sergent Flock wollte auf dem schnellsten Weger Kassa wieder erreichen und dort melden da es die Bande der Räuber von uns flog vor den Jäger abwärts während wir auf Onitscher zu steuerten Mr. Fendl hat uns eingeladen einen Tag auf seiner Besitzung zu verweilen wir sagten gern zu da wir jede Gelegenheit wahrnehmen wollten das Land und die Bevölkerung kennenzulernen Fendl war weit umhergekommen und konnte uns für unsere bevorstehende Reise manchen guten Wink geben das kleine Lederstück das Rolf im Versehen was es zu bedeuten hatte wussten wir nicht und wir hatten eigentlich gar kein recht es an uns zu nehmen da aber fräulein Lein sicher auch nichts mit diesem Lederstück anfangen konnte war es eigentlich für sie wertlos wir wollten es später wieder in den Beutel stecken durch Zufall aber bekam es Melon zu sehen er wurde ganz blass als er erblickte und fragte uns zögernd ob wir die Absicht hätten den Kassier aufzusuchen da Rolf ihm nicht sagen wollte dass wir noch nichts über dieses Lederstückchen wussten erklärte er Melon dass dies unsere Absicht sei Melon erschrak noch mehr und wollte uns warnen er äußerst vorsichtig fragte ihn Rolf nun aus umständlich erfuhren wir dass der Kassier der König der Banditen sei die weiter oberhalb des gesprengte Bande gleichfalls zu ihnen Kassier ist ein arabisches Wort und bedeutet kurz wir erfuhren schließlich auch noch dass der König der Banditen ein kleiner buckliger Mensch sei ein Raber den aber kaum einer seiner Anhänger zu sehen bekam diese Mitteilung gab uns zu denken und nun glaubten wir auch das Laien doch weshalb soll ich von einem Toten etwas schlechtes denken er soll ruhen und nicht mehr gestört werden als wir dann am nächsten morgen unser reiseboot wieder bestiegen um unsere Fahrt bis loku ja vor zu setzen trafen wir kurz hinter Onitscha wieder das polizeiboot mr flog erklärte uns aufgeregt dass es gasto in der nacht gelungen war zu entfliehen er hatte sich von seinen banden heimlich befreien können und war über bord gesprungen die nachforschungen der polizisten hatten keinen erfolg gehabt entweder war gasto ertrunken oder entkommen er ward geflüchtet das sollten wir zu unserem nachteil bald erfahren doch davon erzähle ich im nächsten band den ich betitle